Sie hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Spes. The final frontier. The voyage of the Starship Enterprise. They didn't use it. Was für ein Glück, ich flieg mit Jolli. Lachen die Kamera, Leute, zurück. Und da bin ich mit. Ich flieg mit Jolli. Herzlich willkommen zu Track Nerds, der Star Trek, jetzt hätte ich fast Discovery Show gesagt, hier bei nerdizismus.de. Alle 14 Tage besprechen wir zwei Folgen Star Trek PK. Das mache ich aber nicht alleine, denn mit mir dabei ist wie immer Nerdizist Michael. Hallo. Hallihallo. Sind sie bei dir auch alle Corona-verrückt? Natürlich. Ich meine, Düsseldorf ist gerade irgendwie das Epizentrum, hat man das Gefühl, weil alle Supermärkte irgendwie leer gekauft sind. Ja, nicht ganz. Die Billig-Supermärkte, die Discounter. Wir waren vor zwei Tagen beim Aldi hier in Flingern und sowas habe ich noch nicht erlebt. In der Tiefkühltruhe war alles leer bei den Tiefkühlsachen und zerrissene Tiefkühlware lag da drin, als hätten die Leute sich darum gezofft. Ein Kuppel von mir hat ein Bild gepostet, da war in einem Supermarkt der Kaffeeweißer ausverkauft. Die Welt geht unter, aber Rita, Hauptsache, wir haben auch Kaffeeweißer. Ja, genau. Naja, ansonsten alle Seifen weg, alle Desinfektionsmittel weg. Freunde von uns haben sich auch, da musste ich etwas schmunzeln, vier Kilo Nudeln eingepackt. Also, naja, sage ich jetzt nicht viel zu. Ich bin froh, dass ich in einem Stadtteil wohne, bei dem ich letztens nachgeschlagen habe, dass seine Kaufkraft relativ hoch ist. Und hier ein Lob auch an meine Nachbarn, unbekannterweise, ihr seid auch nicht die Dümmsten, denn unser Edeka ist ganz normal bestückt, wie alles andere auch. Also, da bin ich wirklich sehr gut, habe ich eine Immobilie in einer anständigen Gegend gekauft. Die Frage ist ja wirklich, ob es an den Supermärkten liegt, weil, wie gesagt, ich glaube, im Aldi und Lidl war es so schlimm bei uns. Im Rewe und im Rest, den höherpreisigen Sachen ging es eigentlich. DM war auch noch ausgeräumt. Man könnte jetzt Verbindungen herstellen. Warum, wieso, weshalb? Das tun wir aber nicht, denn ich finde, es wird schon viel zu viel über diesen Unsinn gequatscht. Wascht euch einfach öfter mal die Griffel und dann passiert euch auch nichts. So. Wir haben ja vor zwei Wochen unsere Live-Show gehabt, oder vor drei Wochen unsere Live-Show gehabt. Der erste Teil ist auch schon online gegangen. Schaut doch mal, wenn ihr nur in dem TrackNerds-Feed unterwegs seid, auch mal in unseren Haupt-Feed. Da könnt ihr euch schon mal den ersten Teil von Nerdizismus, der Live-Show reinziehen. Wer uns noch mal live sehen möchte, der kommt am besten im April. Ich glaube 17, 18, 19. April nach Bonn auf die MagicCon. Dort werden wir am Samstag und am Sonntag vertreten sein. Es gibt wieder unser Nerd-Quiz und es gibt eine neue Ausgabe vom Cast Blast. Also von daher schaut doch mal kräftig vorbei bei der MagicCon. Eine weitere kleine Ankündigung und auch eine kleine Werbung für die Kollegen vom Discovery-Panel. Die haben sich gedacht, was die Nerdizisten können, das können wir auch. Dann gehen wir auch mal live und das tun sie am 28.03. in Köln. Wenn ihr also dahin gehen wollt zu den Kollegen vom Discovery-Panel, die werden die letzte Folge PK live on stage besprechen. Ich habe auch mit dem Andreas schon ein bisschen uns ausgetauscht. Ich habe ihn darauf hingewiesen, dass sie darauf achten sollen, dass sie da auch Internet haben, weil sonst können sie nämlich nicht live im Cast googeln und dann wäre doch der Cast nach einer halben Stunde schon vorbei. Das wäre doch wirklich sehr schade. An dieser Stelle geht ein weiterer Shoutout an die Kollegen vom Federationcast. Die haben nämlich in einer Guerilla-Marketing-Aktion Deluxe mit Eichenlaub und Schwertern es sich nicht nehmen lassen, so gut wie alle Star Trek-Podcasts mit einem Präsent zu beglücken. Und diejenigen von euch, die schon ganz viele Star Trek-Podcasts in ihrem Podcatcher haben, werden es wissen. Deswegen mache ich es an der Stelle kurz. Sie haben uns eine Packung Earl Grey geschenkt. Ich bin jetzt kein Teetrinker, aber das Forever Nerd Girl ist ein Teetrinker und eine Teetrinkerin und die bedankt sich an dieser Stelle also auch herzlich beim Federationcast. Und ganz ehrlich, Jungs, das ist mal ein schöner Marketing-Stunt. Ich hoffe, das hat euch ganz, ganz viele neue Hörer gebracht. Sehr schön. Hörer ist auch ein gutes weiteres Stichwort. Ich hangele mich hier von Stichwort zu Stichwort, denn wir haben etwas Feedback bekommen und ein paar exemplarische Einreichungen, die wir übrigens über WhatsApp bekommen haben, möchte ich euch gleich vorlesen damit. Aber Michael, WhatsApp ist ein gutes Stichwort. Wie kann man uns denn erreichen? Ganz einfach, das tut man auf entweder nerdizismus.de, denn da gibt es alle Links zu allen Portalen, wo wir überall da sind. Wenn ihr uns nicht schon auf den Portalen findet, Spotify, iTunes, Google Podcast, dann haben wir unsere Social-Media-Kanäle, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und so weiter und so fort. Ganz, ganz schön viel, aber ihr könnt uns seit neuestem auch über WhatsApp schreiben. Und das wurde auch fleißig getan. Einfach an die Nummer 01525-964-7709. Steht auch alles auf unserer Webseite und überall in den Kanälen könnt ihr uns hinschreiben und Feedback an uns richten, denn ihr schreibt uns nicht nur per Mail, sondern auch über WhatsApp und das ist schön. Was wurde uns denn über WhatsApp geschrieben? Ja, zwei Nachrichten möchte ich mal exemplarisch rausnehmen, einfach weil es mir auch sehr wichtig ist, weil eine ging direkt an mich und da möchte ich auch gerne mal ein bisschen Stellung nehmen. Habe ich schon per WhatsApp getan und deswegen an dieser Stelle, René, vielen Dank für deine Nachricht. Wir haben uns ja über WhatsApp schon ausgetauscht und ich denke auch alles zufrieden geklärt. Trotzdem gibt es vielleicht den einen oder anderen, der darüber gestolpert ist und dann möchte ich es einfach auch mal sagen. Also, der René schreibt, Hey Nerdizismus, dass zumindest einer von euch ein Problem mit aufgebrochenen Genderrollen hat, ließ sich schon bei euren Besprechungen von Disco erahnen. Wenn man es nicht schafft, eine weibliche Rolle mit Namen Michael zu ertragen und es nötig hat, aus ihr Michaela zu machen, dann finde ich das persönlicher eher arm. Nun gut, die Gesellschaft ist nun mal so und es gibt nun mal Leute, die ihre Geschlechtsidentität zwingend auf ihn fremde Menschen übertragen müssen. In eurer letzten PK-Besprechung habt ihr mich aber persönlich getroffen. Dass ihr Formulierungen wie Schwuppe bzw. Schwuppig nicht als Beleidigung verstehen könnt, tut mir wirklich weh. Alle Menschen, die ich bisher kennengelernt habe, haben diese Formulierung straight als böswillige Beleidigung verwendet. Das letzte Mal, als ich mit Schwuppe beleidigt wurde, bekamen ich und mein Freund auch noch Schläge und Tritte ab. Es tat mir ziemlich weh, sowas von euch zu hören. Ich schreibe euch das bewusst hier auch nicht auf Twitter, um euch keinen Shitstorm zu bereiten und so weiter. Ich würde mir wünschen, dass ihr einfach mal darüber nachdenkt und euch vielleicht bewusst werdet, dass solche Formulierungen, wenn auch nicht beabsichtigt, Menschen sehr verletzen können. Grüße, René. Ja, also wie gesagt, das ging an meine Adresse, weil ich das MAN in meiner Zusammenfassung als schwuppig bezeichnet habe. Kurz für alle, die jetzt schon im Empörungsmodus sind, ich habe mich mit dem René ausgetauscht und wir sind wunderbar noch zusammengekommen. Also von daher, da gibt es überhaupt keinen Beef. Trotzdem möchte ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal zwei Sachen klären. Zum einen, was die Gender-Geschichte angeht. Also da habe ich auch dem René geschrieben, dass das überhaupt nichts mit aufgebrochenen Gender-Rollen oder sonst irgendwas zu tun hat. Der Michaela heißt bei mir Michaela, solange die im Writers Room einfach Kappes machen. Ich bin der Letzte, der die nicht anfängt, Michael zu nennen, sobald die Serie gut wird. Aber solange das so ein Fats ist und so ein Unsinn ist, lasse ich mir es nicht nehmen, dass das Michaela halt Michaela heißt. So, das dazu. Zum zweiten Punkt, der eigentlich auch viel wichtiger ist, da geht es mir auch darum, dass ich das einfach mal klarstelle. Ich hatte das gar nicht böse oder absichtlich beleidigend gemeint. Ich sage es dir auch ganz ehrlich, lieber René, ich habe es dir auch geschrieben, für mich war schwuppig überhaupt kein negativ konnotierter Begriff. Ich habe mehrere Jahre mit einem Musical-Darsteller zusammengelebt, der homosexuell war in einer WG und wir hatten eine ganz tolle Zeit miteinander und die haben sich alle gegenseitig als Musical-Schwuppen und keine Ahnung was bezeichnet und da ist dieses Wort schlicht und ergreifend in meinen Sprachgebrauch übergegangen. Abgesehen davon weiß ich nicht, ob du auf Deutsch oder Englisch schaust, im Deutschen ist das MHN durchaus etwas, ja wie sage ich es jetzt, klischeehaft, tuntig synchronisiert, zumindest dieses Hospitality-Programm. Gut, also von daher, wenn das inzwischen ein negativ konnotierter Begriff ist, dann wollen wir den natürlich auch so nicht mehr verwenden und dann tut es mir leid an der Stelle. Ich, wie gesagt, aber wir haben das ja schon per WhatsApp geklärt. Ich wollte es aber einfach trotzdem nochmal sagen, damit das, falls es irgendjemand anderen auch getroffen haben sollte, das lag natürlich nicht in meiner Schrägstrich unserer Absicht. Ja, ich meine, ich kann es absolut nachvollziehen, wenn sich Leute durch gewisse Formulierungen, die wir hier vielleicht unbewusst verwenden, angegriffen fühlen. Da können wir eigentlich nur wieder betonen, wenn, dann machen wir das nicht absichtlich. Und es, wie du gerade schon gesagt hast, tut uns auch leid, wenn wir sprachlich vielleicht nicht auf der Höhe der Zeit manchmal sind. Das ist vielleicht auch aus diesem Gesprächs, aus dieser Gesprächsdiskussion, aus dieser Gesprächssituation entsteht das manchmal. Und das ist aber schön, wenn ihr uns darauf hinweist, weil nur so können wir davon lernen. Exakt. Also von daher, wenn uns solche Lapsusse passieren, dann schreibt uns das. Das ist absolut legitim, uns darauf aufmerksam zu machen. So, dann haben wir noch eine Nachricht vom Benjamin, der schreibt, Ich habe gerade euren Podcast zu den letzten Folgen von Star Trek PK gehört. Erstmal ein großes Lob an euch, ich höre euch gerne zu und gehe mit eurer Kritik durchaus mit, auch wenn ich es hier und da nicht ganz so eng sehe. Noch zwei Anmerkungen zu eurem letzten Cast. Es wurde ja die Theorie genannt, dass die Romulaner irgendwie für die Entstehung der Borg verantwortlich sein könnten. Ich hoffe sehr, dass dem nicht so ist, denn es würde erneut einen Bruch mit dem Kanon bedeuten. In der TNG-Folge Q Who erwähnt Geinen, dass die Borg bereits seit Millionen von Jahren existieren. Ich habe die Folge jetzt nicht nochmal extra geguckt, aber ich meine, dass das richtig ist. Chris hat sich darüber beschwert, dass der ehemalige Senator geköpft wurde und wie ich so in den Foren lese, ist er damit nicht allein. Das war schon eine recht deutliche Gewaltspitze. Aber gab es das vorher nie? Im Gegenteil, insbesondere wenn Klingonen und ihre Butlets im Spiel waren, wurde er schnell blutig, etwa als Worf Duras umbringt. Wofür es nach meiner Erinnerung bei weitem nicht so von Picard gemaßregelt wurde, wie Elnor hier. Wir haben gesehen, wie dem jungen Picard das Herz durchbohrt wurde, wie in Star Trek 6 ein Klingonen, den der Arm weggeschossen wurde oder wie bei Worfs Trainingsprogramm auf dem Holodeck allerlei Monster zerteilt wurden. Und nicht zuletzt verweise ich auf das Ende der TNG-Folge Conspiracy, die einen für Star Trek-Verhältnisse vorher wie nachher nicht dagewesenen Splatter-Effekt zeigte. Ansonsten freue ich mich auf die nächsten Folgen von Picard und auf eure Kommentare dazu. Vielen Grüße, Benjamin. Zum letzten Punkt mit der Gewalt. Ich glaube, da werden wir in dieser Folge heute unserer kleinen Podcast-Show noch mal ganz explizit drauf eingehen. Deswegen spare ich mir jetzt mal das direkte Feedback. Das wird dann später kommen. Und dann gab es noch, Michael, noch was bei iTunes. Genau, denn wir sind natürlich auch bei iTunes mal bewertet worden, was ganz schön ist. Und manchmal werden wir auch positiv da bewertet. Und zwar von jasmina777 und sie wird kurz Seven genannt. Freue mich aktuell nach jeder Folge PK unglaublich auf dem Podcast. In Klammern fast schon mehr als auf die Folge selbst, ehrlich gesagt. Ich liebe die zynischen Kurzzusammenfassungen von Chris. Wir lieben sie alle. Und die generell einfach tolle Gesprächsdynamik der beiden. Hier wird nichts geschönt oder verharmlost beiseite geschoben, weil man keine Erklärung findet. Ein ehrlicher Podcast, der trotzdem immer fair bleibt und viel Expertise mit sich bringt. Danke euch für eure Arbeit. Absolute Empfehlung. Danke dir für diesen Kommentar. Ich meine, wir kriegen ja manchmal auch schon das Negative zu hören, aber das streichelt dann immer so die Seele. Ja, wie ich im letzten Podcast schon erwähnte, das andere Ende des Meinungsspektrums. Und in der Tat ist es so, denn einige Podcasts und wir auch haben nach der Staffel Halbzeit von PK mal ein paar Umfragen gestartet. Und es kristallisiert sich heraus, natürlich immer der algorithmischen Filterblase vielleicht etwas geschuldet, aber trotzdem, dass also bei insgesamt beim Discovery Panel und bei uns weit über 600 Leute mitgemacht haben und davon 60 Prozent ungefähr die Serie absolut top finden, ungefähr 30 Prozent sie mittelmäßig einordnen und ungefähr 10 Prozent die Serie als Flop bezeichnen. Also das zieht sich bei der Umfrage vom Discovery Panel durch, da haben ungefähr 270 Leute mitgemacht, bei uns auf Twitter haben 82 Leute mitgemacht und bei uns auf Facebook haben irgendwie knapp 300 Leute mitgemacht. Und von daher glaube ich, ist das schon ein repräsentatives Bild. Interessant in dem Zusammenhang sind auch ein paar Statistiken, die ich dann letzte Woche gezogen und gepostet habe, nämlich was Google Trends und die Nachfrage angeht. Und da scheint es so zu sein, dass also PK nach einem kleinen Anfangshoch jetzt dann doch in der Nachfrage runter geht. Also ich interpretiere es einfach mal so, man hat die Trekkies alle im Sack, aber jetzt auch nicht dramatisch viele Leute dazugekommen. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, wo doch die Macher immer davon sprechen, dass sie neue Menschen und neue Zielgruppen erreichen wollen. Aber auch da können wir gleich noch mal im Detail drüber sprechen. Ja, aber ich frage mich jetzt gerade, ich meine Google Trends ist immer so ein guter Indikator dafür, was jetzt gerade angesagt ist oder nicht. aber ehrlich gesagt googeln so viele Leute, also der Otto-Normal-Zuschauer direkt nach einer Serie, wenn sie sie geschaut haben und konsumieren sie sie nicht einfach. Würde ich jetzt mal behaupten, dass das nicht unbedingt der richtige Indikator für die Allgemeinheit ist, aber wenigstens für die Influencer und welche, die den Influencern folgen. die den Influencern folgen. Weil ich habe auch noch mal ein paar anderen Serien geschaut und so im normalen Genre-Mix wie Supernatural und Co. steht Picard jetzt gar nicht so schlecht da. Hatte am Anfang so einen kleinen Spike nach oben, aber ansonsten ist es eigentlich im Mittel von diesen typischen Genre-Shows. Star Trek-Niveau ist eine andere Frage, aber Genre-Niveaus, Genre-Shows ist es eigentlich ganz gut aufgestellt. Aber jetzt muss man natürlich auch sagen, dass Supernatural einfach schon ewig läuft und das halt eine Serie ist, die hoch ist. Und es hat auch nicht nur was mit Nerd-Serien zu tun, sondern ich habe ja auch mal GZS-Set dazu gepackt. Und bei Google Trends kannst du ja auch in Themen suchen, also nicht nur konkrete Suchbegriffe, sondern auch in Themen suchen. Und da ist zum Beispiel für Deutschland in den letzten 90 Tagen, also GZS-Set ist der deutsche Favorit. Da gibt es nichts Besseres. Und sogar Game of Thrones ist immer noch höher in der Nachfrage im Schnitt, im Schnitt als die neuen Serien. Also das soll jetzt kein Gebäsche sein, ihr könnt das selber mal auf Google Trends einfach mal nachvollziehen. Gebt mal ein paar Serien ein und schaut euch einfach mal da ein bisschen um. Das ist sehr interessant. Gut, ich glaube, wir haben heute für unsere Verhältnisse übermäßig viel Vorrede gemacht. Deswegen möchte ich euch gar nicht mehr so lange auf die Folter spannen und ich denke, wir steigen da mal ein. Ich sage aber auch gleich, lieber Michael, du kannst dich schon mal darauf vorbereiten. Ich vergleiche mein Fanherz gerade mit den fünf Phasen der Trauer. Die bestehen ja aus Leugnen, Zorn, Verhandeln, Depression und Akzeptanz. Während mein Recap kommt, kannst du ja schon mal überlegen, ob und wenn ja, in welcher Phase der Trauer du dich gerade befindest. Ja, ich bin gespannt. Folge fünf Stardust City Wreck. Amazon möchte meine ab 18 Pin haben. Mir schwant Böses. Mit Recht, denn 13 Jahre vor den aktuellen Ereignissen gerät Icheb, ein ehemaliger Borg und als Kind von der Voyager gerettet, in den vierten Teil der Hostelreihe und wird in einem Anfall von billigen Splatter für die ganz doofen sinnlos gequält. Oder es war halt einfach ein großes Fuck you der Macher in Richtung Mano Itriami. Ganz sinnlos ist es nicht, denn die böse Bschizzle oder wie auch immer man die ausspricht, möchte an Ichebs Borg-Tag. Während Icheb noch ein Auge auf seine Peiniger wirft, erscheint Seven zu seiner Rettung, tötet alle Fieslinge. Icheb ist allerdings so schwer verletzt, dass Seven ihn nur noch mit einem Gnadenschuss erlösen kann. Der Name des Planeten ist hier Programm vergessen. Vorspann überspringen ja bitte. Auf Canto Byte sucht ein verzweifelter und flüchtiger Bruce Maddox Hilfe bei Diana Troy. Nein, das ist ja gar nicht Diana Troy, das ist ihre Zwillingsschwester vorher erwähnte Bschizzle. Also zumindest könnte sie auch ihre Zwillingsschwester sein. Ich frage mich ernsthaft, wer das Casting bei diesen neuen Shows macht. Wie Ganoven immer nur so sind, nutzt Bschizzle die Notsituation von Maddox aus, nimmt ihn gefangen, um ihn in einen späteren Deal mit dem Tal Shiar einzutauschen. Auf der La Sirena, ja das Schiff hat einen Namen, fasst JL für Seven und den Zuschauer mal wieder die Ereignisse der letzten Folgen zusammen. Auch Seven bringt JL auf den neuesten Stand. Seit einigen Jahren sorgt sie mit einer Gruppe von Freischärlern namens Fenris Ranger für Recht und Ordnung in der ehemaligen neutralen Zone. Und obwohl Seven nicht vorhat, die Ranger zu verlassen, entschließt sie sich, JL nach Freespace zu folgen, sieht sie doch dort eine Gelegenheit, nah an Jizia heranzukommen und sich für den Tod von Icheb zu rächen. Auch Raffi hat noch etwas unfinished Business auf MySpace, dort befindet sich nämlich ihr Sohn samt seiner schwangeren Romulaner-Frau. Die in diesem Handlungsstrang zugehörige Klischee-Soap-Szene weigere ich mich aus Gründen des guten Gespacks wiederzugeben. In Erinnerungen schwelgt auch Agnes, die sieht sich nämlich den Cookie-Koch-Channel von Bruce Maddox, mit welchem sie auch mal romantisch liiert war, an. Wer New Trek kennt, weiß jetzt schon, bekommt ein Nebencharakter auch nur den Hauch von Backstory, wird er diese Folge nicht überleben. Frag mal bei Ariem nach, die kann euch ein Flott-Liedchen davon trellern. Apropos Cookie, für mich als Online-Marketier ist es schön zu sehen, dass auch im 24. Jahrhundert Werbung immer noch personalisiert ausgespielt werden darf. Eat this, Axel Voss. Nun sucht man Maddox und findet ihn auch. Bzzzl hat diesen nämlich im Darknet zum Verkauf angeboten. Flux beschließt man mitzubieten, indem man Seven als Tauschobjekt anbietet. Da auf Freedrive gerade Karneval herrscht, braucht man Kostüme. Zweites Problem, der Leibwächter von Bzzzl riecht Lügen im wahrsten Sinn des Wortes fünf Meter gegen den Wind. Eine eigentlich recht nützliche Fähigkeit, allerdings nur für circa eine Minute von Bedeutung, denn Ruffy mixed kurzerhand einen Geruchscocktail, welcher die Lügen im wahrsten Sinn des Wortes unriechbar macht. Ja, da war sie wieder, die gute, ungenutzte Idee der heutigen Folge. Nach einer Anflugsequenz, welche direkt aus einem PC-Spiel der 90er entliehen ist, erreichen Rios als Pimp, Picard als Inspektor Clouseau Bösewicht, Seven als Gefangene und Elnor als Elnor die Bar von Bzzzl. Man trifft sich mit Bzzzl, welche andeutet, mal eine Beziehung mit Seven aka Annika gehabt zu haben. Danach folgt irgendein Plot, den eigentlich keiner wirklich versteht, Rios Shots First und Schwupps sind alle inklusive einem schwer verletzten Maddox wieder an Bord der La Sirena. Ich glaube, das Stichwort war hier Musterverstärker oder so. Jetzt folgt der Teil der Folge, welcher dem Zuschauer Bedeutung und Gewicht vorgaukeln soll. JL und Seven dürfen sich mal zwei Minuten über ihre Erfahrungen als Xbox austauschen. Da JL seine Ahab-Phase schon hinter sich hat, rät er auch Seven mit den Borg abzuschließen. Okay, Boomer, ach, und kann ich mir noch zwei Phaser ausleihen? Wozu? Oh, nur so. Prima, danke, ich muss weg, tschüss. Zurück auf dem Planeten begeht Seven mit den zwei Phasern von Picard, ein Massaker und vaporisiert Jbizzl. Vielen Dank, muss ich den Namen jetzt auch nicht mehr aussprechen. Ich frage mich, ob das eigentlich schon wieder Beihilfe zum Mord von JL ist. Auf der Krankenstation der La Sirena erzählt Maddox JL von Dash und Soji und wie er die beiden erschaffen hat. Weiterhin teilt der JL mit, dass er es war, der Soji auf das Artefakt eingeschleust hat, um mehr über den Angriff der Replikanten auf dem Mars zu erfahren. Denn auch er, wie Ruffy, vermutet eine groß angelegte Verschwörung hinter dem Angriff. Also beschließt JL zum Artefakt zu fliegen. Kaum ist JL aus dem Raum, schaltet Agnes die Lebenserhaltung für Maddox ab, deaktiviert das MAN und tötet den armen Bruce. Denn wenn er wüsste, was sie weiß, ja, dann... Folge 6 The Impossible Box. Zum ersten Mal kein Rückblick. Stattdessen sind wir in Sojis Träumen, welche ihren Vater nachts heimlich beim Orchideen züchten beobachtet. Und gerade als der Vater sich umdreht, erwacht Soji. Fake Spock liegt neben ihr und ist gleich ganz wild darauf zu erfahren, ob der Traum aus Erinnerungen bestand oder nicht. Auf der La Sirena kommt Agnes tatsächlich mit dem Mord durch. Was ist das bitte für ein MHN? JL hat etwas Manschetten davor, wieder einen Borg-Kubus zu betreten, doch Agnes erinnert ihn und uns daran, dass dieser Kubus ja vom Kollektiv getrennt sei und die Borgs sich vielleicht geändert haben. Geändert? Die Borg? Das findet JL genauso dämlich wie der geneigte Zuschauer und deswegen geht JL auch erstmal in einen First Contact Memorial Rant über. Wir erfahren weiterhin, dass Elnor sehr gut darin ist, die Gefühle von Lebewesen zu lesen. Also Agnes sagt das einfach so, weil halt, dann wird es wahrscheinlich, wofür auch immer noch mal gut sein, wahrscheinlich für nix. JL surft derweil noch ein bisschen durch die Google-Bildersuche und sieht ein Bild von sich als Locutus. Das hätte ein cooler Shot sein können, aber da man die exakt gleiche Einstellung halt schon für Sochi und die durchgeknallte Astro-Hexe und für Ruffy und ihren Sohn verbraten hat, war es halt eben nur das dritte Mal Hätte-Hätte-Fahrradkette. Immerhin findet nun auch Picard raus, dass sein alter Kumpel Hugh die Rückgewinnungsstation leitet. Man muss den Machern der Folge zugutehalten, dass sie alle größeren peinlich gleiten, gleich zu Beginn abfeuern. So landen denn auf einmal Rias und Agnes in der Kiste. Dabei war Rias doch letzte Woche noch ziemlich genervt von Agnes. Und auch Romulana Cersei kommt ihrem Bruder immer näher, wobei die beiden das machen, was sie seit sechs Folgen machen. Heute berichtet Fakebox seiner Schwester sehr zu deren Leidwesen, dass er nun endlich Fortschritte bei Sochi macht. Dieser Bruder kommt mir so langsam vor wie Stromberg, der sagt beim Bäcker auch immer, es läuft. Zurück auf der La Sirena überlegt man, wie man am besten auf den Kubus kommt. Da das Rückgewinnungsprojekt zwar unter Romulanischer Leitung ansonsten aber neutral sei, kommt JL auf die Idee, dass ein Diplomatenpass der Föderation eine gute Möglichkeit wäre. Ruffy ruft also eine alte Freundin an und kann diese überzeugen, für Picard einen 24-Stunden-Pass auszustellen. Erstaunlich, was ein Sternenflotten- Kapitän so alles genehmigen kann. Ebenfalls erstaunlich, wie Ruffy das trotz Vollsuff noch hinbekommen hat. Meanwhile auf dem Artefakt. Suji dämmert es so langsam, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Das Gespräch mit Narek trägt nicht gerade zu ihrer Beruhigung bei. Der alte Stalker hat nämlich herausgefunden, dass Suji jeden Abend für exakt 70 Sekunden mit ihrer Mutter telefoniert. In einem Selbstversuch wird Nareks Behauptung auf die Probe gestellt und bewiesen. Zu allem Überfluss stellt sich noch heraus, dass alles, was Suji besitzt, nicht älter als drei Jahre ist. Derweil kommen PK und Co. am Kubus an. JL beamt rüber und bekommt beim Betrachten von Recyclingbox eine aus First Contact Footage bestehende Panikattacke. Gut, dass Ju zur Hilfe eilt. Ein toll inszenierter Auftritt, doch auch der ist leider völlig verschenkt, weil wir haben halt Ju schon in Folge drei oder vier gesehen. Ju zeigt JL die Anlage, nicht ohne sich dabei noch für seinen Namen zu bedanken. JL erzählt Ju von Sochi und gemeinsam macht man sich auf die Suche. Apropos Namen, im Zuge einer Meditationsübung, die warum auch immer für falls verboten gilt, verrät Narek Sochi seinen richtigen Namen. Charian oder so. Die beiden beginnen das Ritual. Sochi träumt nun ganz bewusst und kann so Charian mitteilen, dass ihre Heimatwelt zwei Monde hat und es regnet. Diese Informationen reichen völlig aus für Charian, der nun ganz genau weiß, was Phase ist. Zum Dank küsst er noch einmal Sochi innig, doch die Freude darüber währt nur kurz, denn der schöne Charian möchte Sochi mithilfe von roter Strahlung rote Strahlung umbringen. Zu Überraschung von Charian, nicht zu sehr der des Zuschauers, aktiviert Sochi ihre Androiden Power, schlägt ein Loch in den Boden und kann entkommen. Mit einer Superheldenlandung aus dem Lehrbuch schlägt Sochi direkt vor JL und Hugh auf. Mithilfe der Halskette von Dash gewinnt JL sofort Sochis Vertrauen und gemeinsam gibt man Fersengeld. Die Flucht endet in der Kammer der Borg-Königin, in welcher die Borg einen Transporter der Sakarianer aufgestellt haben, einer aus Voyager bekannten Spezies und mit diesem Transporter kann man bis zu 40.000 Lichtjahre weit reisen. Also Next Stop Nefente. Damit die Flucht gelingt, verschafft der überraschend überraschend auftauchende Elnor den beiden Zeit und begeht nebenher die Morde 33, 34 und 35. Die End. Die ist aber bisher echt hart dran gegangen, muss ich sagen. Also ich verstehe deine Wut, die du da drin hast. Es ist definitiv Wut, die du hier hast. Verhandeln bist du noch nicht dabei, aber dem stimme ich in großen Teilen nicht zu, weil ich hatte einigermaßen Spaß an beiden Episoden. Natürlich hatten die ihre kleinen Probleme, aber das, was du jetzt im Detail alles so gesehen hast, sehe ich erstens gar nicht so eng und sehe ich im Rahmen der Serie auch nicht wirklich eng. Das heißt, du bist schon in der Resignation. Du bist schon in der Akzeptanz, bist schon in Phase 5. Ich weiß nicht, vielleicht ist es noch verhandeln, vielleicht ist es noch verhandeln, aber. Also ich bin definitiv noch in Phase 2, ja. Ja, ja gut. Also ich mag Picard als Serie und ich mochte auch die beiden Episoden, weil die beiden Episoden zwei verschiedene Spektren gezeigt haben, die Star Trek damals oder vor einiger Zeit auch schon immer hatte. und gerade auch auf diesem Casino-Planeten, den ich spannend fand und den ich auch gut fand, aber von dem wir viel zu wenig gesehen haben, leider diese extra absurde Seite von Star Trek, die wir selten bisher in Picasso mitbekommen haben, dass die da mal gezeigt wurde, fand ich eigentlich schon sehr nett. Ich habe es ja in meinem Recap gesagt, es gibt immer so Momente, die finde ich grundsätzlich gar nicht schlecht. Ja, ich habe auch grundsätzlich kein Problem mit so einem Casino-Planeten. Es ist halt einfach schon durchgenudelt, spätestens seit, seit Canto Bight und jeder Bösewicht muss immer einen Nachtclub haben und in jedem Nachtclub eines Bösewichts tanzen Frauen hinter weißen Wänden. Lasst euch doch mal was Neues einfallen, ja. Du, aber Canto Bight ist Star Wars und nicht Star Trek. Das ist mir schon klar, aber verstehst du, wenn es so was gibt wie Canto Bight, das die kennen und sie wissen, dass es jetzt nicht gerade der beste Teil war, den die Leute so mochten. Warum muss ich dann das doch noch mal machen? Ja. Das hat doch wunderbar einen Aspekt dieser Gegenwart von denen in der Zukunft gezeigt, zum Beispiel, dass es immer noch keine Spam-Filter gibt und scheinbar alle Schiffe einfach infiltriert werden können von Pop-Up-Fenstern in Form von Hologrammen. Ja, um echt zu sein, das war sogar halbwegs lustig. Also es war halt ein bisschen in your face, aber genau aus dem Grund habe ich halt auch gelacht. Also Rios bekommt ja so ein Wartungshologramm und Agnes Roboter und Picard. Was kriegt denn Picard? Ist das irgendwie so ein Puff oder so? Das soll wohl ein Hotel sein, so ein Grand Hotel, aber irgendwie hätte das auch so ein Maiden-Café sein können. Das ist irgendwie sehr komisch. Und Raffi halt die Drogen und Elnor kriegt halt nix. Okay, ja, ich habe es verstanden, aber wie du gerade eben gesagt hast, so kein Spam-Filter. Ja, und ich frage mich, wie die an die ganzen privaten Daten drankommen. Ist es so, dass die durch ihre ganzen Common-Batches, die die haben, quasi auch mit den Servern von Google in der Zukunft verbunden werden und das alles gefiltert wird, sodass die quasi das perfekte Angebot da bekommen können? Ja, sicher. Es ist auch eine Scheiße. Als Online-Marketeer wäre das ein Traum. Ich meine, der Kommunikator ist ja im Grunde genommen wirklich nichts anderes als ein Mobiltelefon nur Inhalt noch kleiner. Und es gibt ja einige Punkte, da habe ich mich in TNG halt auch schon öfters mal drüber gewundert. Anscheinend so Privatsphäre und Datenschutz-Grundverordnung bei allem Unsinn. Irgendwann, zumindest beim Eintritt in die Sternenflotte oder beim Betreten eines Sternenflotten Schiffs, aber es gilt ja eigentlich auch für diesen Borg-Kubus jetzt, gibt man das Recht auf nicht gescannt und nicht gecheckt werden ab, weil du bist jederzeit immer, solange du auf dem Schiff bist, immer überall trackbar. Naja, vielleicht ist das, vielleicht ist das ja die Währung, mit der in der Zukunft bezahlt wird. Wir wissen ja, dass woanders mit Latinum bezahlt wird und die Sternenflotte und die Föderation eigentlich gar keine Währung hat. Und vielleicht sind die privaten Daten hier die Währung. Das wäre doch die perfekte Zukunft, wie wir sie uns vorstellen können. Keine Utopie, aber eine schöne Dystopie. Ich meine, mit Daten bezahlen wir jetzt ja durchaus, wenn auch noch nicht so Cash als Konto. Aber es wäre mal ein interessanter Aspekt zu sagen, ja, vielleicht gibt es in diesem Universum einfach kein oder für gewisse Teile kein Geld mehr, aber dafür bezahlst du halt mit deinen Daten. Kann sein, kann gut möglich sein. Noch ein paar nette Sachen, die man jetzt auf dem Casino-Planeten auf Free-Cloud, wie gesagt, was hast du eben gesagt, Free, irgendwas anderes hast du gesagt, jetzt habe ich es nicht mehr. Free Space, My Cloud. Free Space, ja, ja. Nenn es, wie du willst. Ich meine, wir haben ein paar schöne Cameos, beziehungsweise Andeutungen bekommen. Am nettesten war, dass wir ganz offensichtlich viel von Quark mitbekommen haben und dass Quark nicht mehr auf DS9 aktiv ist. Vielleicht hat er seine Zentrale auf DS9, aber jedenfalls hat er sich, hat er expandiert und ist jetzt scheinbar auf Free-Cloud unterwegs, wie man der Leuchtreklame entnehmen kann und scheinbar einigen Davo-Tischen, die man hier auch sieht im Hintergrund. Ja, er hat auch einen tollen Slogan, what is yours is ours. Ja, Mr. Mott hat auch eine Kette aufgemacht. Genau, war direkt daneben, ne? Ja. Nee, also deshalb hätte ich eigentlich gerne noch mehr von diesem Planeten gesehen und das ist eine der Sachen, die ich generell an PK oder an Serien kritisiere, die dieses serielle Format drin haben, also eine ganze große Geschichte erzählen wollen, was bei PK meiner Meinung nach nicht so gut funktioniert, weil die teilweise ein paar Längen drin haben und nicht genug zeigen, was jetzt das große Mysterium angeht. In einer typischen Folge TNG haben wir in knapp 40 Minuten, 40 bis 45 Minuten so viel Story reinbekommen, was sich aber meistens nicht überfüllt und nicht lang oder auch nicht zu kurz angefühlt hat. gefühlt haben wir immer einen ganzen kurzen Film in den guten Episoden reinbekommen, wo wirklich der Hintergrund von diversen Spezies erklärt wurde, ne neuer Planet. Dann gab's noch Zeit für ne A-Story, ne B-Story und vielleicht einen Charakter, auf den man sich konzentriert hat. In PK ist es dann doch schon ein großer Mischmasch, wo man sich nicht auf einzelne Sachen konzentriert und dementsprechend auch wenig von denen mitbekommt. Dieser Casino-Planet, Freecloud, der hätte eine eigene, ganz eigene Episode gebraucht mit der ganzen Welt, die da drauf aufgebaut wurde und was da für Regeln gelten. Aber das haben sie nebenbei liegen lassen, weil's für die jetzt natürlich in der großen Story nicht so wichtig war, aber was TNG damals immer ausgemacht hat. Es fühlt sich halt, jeder Abstecher, den PK macht, fühlt sich halt unnötig an. Also, es sind halt alle, die wirken für mich alle so extremst konstruiert. Die ergeben sich nicht natürlich aus der Handlung, sondern ein Charakter wirft halt irgendwas in den Raum und dann ist das halt einfach so. Du meinst so Checklisten abhaken? Genau, so Checklisten abhaken, aber auch die ergeben sich aus nichts. Also, wenn ich schon so ein Adventure-Plot mache, ich vergleiche es jetzt mal so ein bisschen mit Indiana Jones. Da ist es durchaus so, dass die eine Erkenntnis zum nächsten Reiseziel einbringt und dort weiter und weiter und dann passiert vielleicht was, was weiß ich, weil Brody und Salah entführt werden und da müssen sie halt dem hinterher. Aber ein Punkt ergibt das nächste und hier gibt es keine Punkte, die das nächste ergeben, sondern irgendein Charakter sagt halt irgendwas und gut, zum Beispiel, ich greife jetzt vor zu Folge sechs, dass wir jetzt auf diesen Planeten Nefete fliegen, den kennst du nicht, der ist jetzt in irgendeinem Kack-Roman steht er halt drin, aber ganz ehrlich, fuck auf die Romane, ja, habe ich jetzt nicht gelesen. Das sagt er jetzt einfach, das sagt er jetzt einfach so. Das kam vorher überhaupt nicht vor, sondern wir fliegen jetzt dahin, peng. Okay, warum? Auch Freecloud ist einfach so im Spam-Filter von Raffi aufgeploppt. Zack, und zufällig ist dann noch ihr Sohn auch noch da und zufällig muss Seven, die sie aufgesammelt haben, einfach so, ja, zufällig muss die auch noch dahin, weil die da noch Beef mit dieser unaussprechlichen Troy-Tante hat. Also das ist halt einfach so viel Plot Convenience, der so so überhaupt, das kommt so und deswegen ist auch meine Vorhersage für das Ende, glaubt bloß nicht, liebe Hörer und liebe Zuschauer, dass der Cliffhanger am Ende irgendwie irgendwann in den anderen acht Folgen vorher angeteasert wurde. Ein Scheiß wurde der angeteasert. Es wird irgendein Kai aus der Kiste Deus Ex Machina Ding sein. Puff. Ja, an vielen Stellen hast du recht, die kommen aus dem Nichts heraus. Ich behaupte aber trotzdem, dass einige Sachen schon gut aufeinander aufbauen. Freecloud wurde irgendwann damit reingebracht, weil es ist so ein bisschen wie eine Brotkrumm-Suche. Sie hat nach entsprechend der Sochi oder nach Maddox gesucht. Da poppt Freecloud auf. Die fliegen nach Freecloud. Da kommt Seven of Nine. Die Seven of Nine hat plötzlich, er hat was mit wem auf Freecloud zu tun, was wieder zu dem nächsten Punkt führt. Es ist schon, es ergibt sich vielleicht nicht ganz natürlich, aber ein paar Sachen werden schon aufgebaut. Wir hatten am Anfang die Borg mit drin und es werden Kleinigkeiten von den Borg immer weiter gezeigt, wie das zum Beispiel die Ex-Bees, wie sie genannt werden, auch wieder so eine fragwürdige Abkürzung, dass die in die Teile sehr begehrt sind überall und diese Begezzle, die ist halt eine derjenigen, die von diesen Teilen profitieren und dann Schwarzmarkt durchbringen. Es ist vielleicht nicht so natürlich aufeinander aufgebaut, aber die Brotkrumm sind schon verstreut in der Story. Das mit dem Schwarzmarkt ist ja auch so eine super Idee. Ohne Scheiß, ich finde die richtig gut. Das ist eine echt gute Idee, um zu sagen, hey, die Borg-Tag ist so geil, das lohnt sich, dafür Menschen umzubringen, um auch den kleinsten Fitzelchen davon zu retten oder halt rauszuholen und die zu verkaufen. Geile Idee, aber es wird nichts draus gemacht. Es wird nichts draus gemacht. Es wird in dieser Folge jetzt abgearbeitet, ganz ehrlich, einfach nur um des Gores Willen am Anfang. Ich meine ganz ehrlich, warum wird der Typ nicht wenigstens, das können wir gleich noch über Icheb reden? Warum wird der nicht wenigstens betäubt? Ja, aber das können wir gleich noch abhören. Die Idee finde ich super, dass da kannst du, aber warum führe ich diese komische Beschüppelsel da ein? Es gibt ein Verbrechersyndikat im Star Trek Universum, das ist das Orion Syndicate. Nehmt doch einfach das. Ja, dann muss ich nicht noch vorher tausend Sachen und dann dichten sie der noch oder deuten sie noch eine lesbische Beziehung mit Seven of Nine an. Ich habe weiß Gott nichts gegen eine angedeutet oder von mir aus auch vollzogene lesbische Beziehung, aber ganz ehrlich, in dem eh schon völlig überfrachteten Ding, packen sie dann da noch so einen Nebensatz drauf, da frage ich mich ernsthaft, was soll das denn jetzt sein? Das ist für mich aber wiederum, das ist für mich mehr Worldbuilding. Nur dieses Worldbuilding, wie du es gerade gesagt hast, nicht gut genug ausgeführt. Die folgen nicht dem, was sie selber aufbauen und aber das führe ich dann wieder zurück auf dieses serielle Format und nicht dieses Planet of the Week Format, was wir eigentlich früher in Star Trek hatten. Ja, aber gerade dann muss ich doch mir, aber gerade dann muss ich mir doch merken, was ich in der einen Folge erzählt habe und kann es sich nächste Woche wieder negieren. In der Folge 5 zum Beispiel erzählt Seven, dass sie mit diesen Fenris-Rangern die neutrale Zone, die jetzt in Unordnung ist, also da wacht. So, PK findet das doof, weil das halt irgendwie so neben ihr Recht in die eigene Hand. Okay, sei es drauf. In Folge 6 ist auf einmal die neutrale Zone wieder ein Thema und eigentlich dürfen sie nicht rein, weil dann die Romulaner sauer werden. Ja, was denn jetzt? Ist jetzt die Romulaner, die neutrale Zone jetzt nicht mehr existent? So wie Seven in der fünften Episode sagt? Oder ist sie jetzt noch da? So wie es PK uns in der sechsten Folge sagt. Die können sich ja von einer Folge auf die andere überhaupt nicht mehr daran erinnern, was sie gesagt haben. Moment, wir haben doch in der letzten Folge ein Titlescreen gehabt, wo die in die neutrale Zone reinfliegen und da stand auch extra ehemals neutrale Zone dabei. Ja, ehemalige neutrale Zone, richtig. Und in Folge 6 ist die neutrale... Genau, es gibt keine neutrale Zone. Ja, aber in Folge 6 ist es auf einmal wieder... Doch, in Folge 6 geht es darum, dass es Riesenärger gibt, wenn sie mit der La Sirena in die neutrale Zone fliegen mit den Romulanern, wenn sie nicht diesen blöden Diplomatenpass haben und ohne den Diplomatenpass kommt er sowieso nicht auf den Borgkub drauf. Es wird so gesagt, guck rein. Guck rein, es wird so gesagt. Ja, 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 ja. Aber es ist halt, man bekommt es ja durch Seven mit, was für ein Chaos in dieser Zone herrscht. Ach, redet doch die Scheiße nicht schöne, ohne Scheiße. Nein, 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 nein. Es ist, wenn offizielle Missionen da stattfinden und um mal auf diesen Borgkubus draufzukommen, muss es halt eine offizielle Mission zu sein, muss es sein, muss man halt die entsprechenden Papiere weiterhin dahin bringen. Wenn du heutzutage in, keine Ahnung, nach Afghanistan fliegen willst, brauchst du auch die entsprechenden Papiere, egal wie chaotisch das da drüben ist. Ja, nee. Wenn du es nicht über irgendwelche Grenzübertretungen im Hinterland machst. Ja, also dieses, das, meiner Meinung nach wissen sie in der, schon drei Wochen später schon nicht mehr, was sie in der letzten Woche erzählt haben. Also, okay, ich will mich mit dir ja gar nicht streiten, ja, aber das ist einfach so inkonsistent in sich selber von einer Folge auf die anderen und dabei sind ja die Ideen da. Wir waren bei der Schwarzmarkt-Idee geblieben, ja. Die sind ja, ist ja grundsätzlich da. Aber wenn wir bei diesem Schwarzmarkt und dann jetzt kommen, jetzt reden wir über den Elefanten im Raum. Ich muss drüber reden, über diese Gewalt. Ja, ich muss drüber reden, über diese Gewalt. Und der Benjamin hatte es ja auch in seiner WhatsApp geschrieben. Und das war ja nur der Anfang. Wenn ich gewusst hätte, was er in mich mit Folge 5 erwartet, hätte ich ja in Folge 4 mich noch gar nicht so aufgeregt. Ich mache Amazon an und der fragt mich nach dem Alterspin. Da habe ich gedacht, echt jetzt? Und ich meine, es gibt ja verschiedene, also erstmal fangen wir vielleicht mit dem Charakter von Ijeb an. Ijeb, hatte ich ja in meinem Recap gesagt, ist ja ein aus Voyager eingefügter Charakter, der hier jetzt neu gecastet wurde. Und dazu gibt es noch eine interessante Backstory, nämlich der Schauspieler von Ijeb, dieser Mano Itriami, hat vor drei Jahren oder so im Zuge der sexuellen oder vermeintlichen oder geschehenen, was auch immer, sexuellen Belästigung von Kevin Spacey an Anthony Rapp, dem Schauspieler von Stamets. Auf Twitter was losgelassen, sinngemäß, stell dich nicht so an, du Pussy. So. Er hat sich dafür entschuldigt, es gab dann einen riesen Shitstorm, er hat noch zwei, drei andere gesagt, er hat sich dafür entschuldigt und hat wohl auch sich mit Anthony Rapp ausgesprochen und die zwei sind fein. Das hat aber wohl dazu geführt, dass er auf der Blacklist, zumindest bei CBS und für Star Trek gelandet ist und dass er halt für diese Rolle jetzt nicht gecastet wurde, sondern man einen neuen genommen hat. Und ich könnte Ah, verstehe. Okay, ja. Und ich könnte mir vorstellen, und das ist das einzige, also ich meine, das ist dann zehnmal mies, also der Tweet, ja, der war kacke, aber wie gesagt, der hat sich für entschuldigt und kann man auch vielleicht irgendwann mal auch von Menschen Entschuldigung annehmen. Das einzige, was ich mir vorstellen könnte für diese exzessive, ich habe es Hostel, Splatter, Torture Porn genannt in meinem Recap, ist mir, was ich mir vorstellen kann, ist, dass einfach die Macher nochmal einen ganz großen Stinkefinger an Manu Etriami zeigen wollten, genau so, und deinen Charakter, den killen wir jetzt mal so richtig brutal. Weil ansonsten kann ich mir das einfach nicht erklären. Es gab dann noch ein Interview von irgendeiner, ich weiß nicht, ob es Alex Kurtzman war oder irgendeiner anderer, der sagte dann, oh, sinngemäß, stellt euch nicht so an, PK ist halt eine Adult-Show, so. Nee, sorry, kann ich nicht gelten lassen. Erstmal, Star Trek ist für mich immer eine Familienshow gewesen, das kann man auch mit seinen Kindern gucken und muss keine Angst haben, dass die danach nicht mehr schlafen können. Und selbst wenn das jetzt eine etwas erwachsenere Serie ist, also sorry, Better Call Saul ist auch für Erwachsene, da geht es um Kartell und Ganggewalt. Ganz ehrlich, da ist in bis zur fünften Staffel sind ja noch nicht mal drei Leute umgebrochen bei Better Call Saul. Und hier haben wir schon 35 Tote. In jeder Folge stirbt jemand. Jetzt mal ohne Scheiß. 35 Tote, ich hab mitgezählt. Ja, klar, verstehe ich absolut. Den Vergleich mit Better Call Saul lass ich nicht gelten, weil Better Call Saul hat auch extreme Darstellungen von Gewalt, vielleicht nicht Blute, aber Gewalt mit drin. Ja, aber wir sind nicht bei 35 Toten in der fünften Staffel, sondern vielleicht bei maximal fünf, wenn es hochkommt. Und eigentlich erinnere ich mich bloß an den deutschen Ingenieur. Spoiler, sorry. Chris, ich verstehe deine Wutphase und ich verstehe auch deinen Rant durchaus. Ich fand das vor allen Dingen das brutale Cold Open mit Icheb fand ich auch etwas heftig. Ich weiß nicht, ob man es gemacht hat, weil man es machen kann. Ich glaube aber nicht, dass das ein Mittelfinger an den ursprünglichen Schauspieler ist. Ich kann mir vorstellen, dass er nicht gecastet worden ist. Wegen dieser gesamten MeToo-Affäre. Ich meine, wir haben noch ganz andere Sachen erlebt, weil James Gunn wurde von Marvel gefeuert, beziehungsweise von Disney gefeuert, wegen einem Tweet, den er vor zehn Jahren gemacht hat. Am Ende wurde er wieder eingestellt, aber das ist auch nur, weil wahrscheinlich die bei Marvel, Kevin Feige und Co. sich stark dafür eingesetzt haben. Ich glaube, so weit gehen die für einen Schauspieler, der jetzt eher im Hintergrund ist, nicht unbedingt, dass die dem jetzt noch einen draufsetzen und das wäre wenn, dann wäre es ganz, ganz fies. Ich glaube, das sollte im Sinne der Story einfach nur darstellen, was für ein herber Verlust das für Seven ist. Nicht nur psychisch, sondern auch körperlich, was da mit ihren quasi, sie nennt sie ja selber auch Kindern passiert oder mit ihren, ja, Verwandten mehr oder weniger, mit ihren Borgverwandten. Und diese drastischen Maßnahmen, die diese Mafia, diese Bodypart-Mafia durchführt, die sollte dieses Intro nochmal darstellen und zeigen, dass hier kein Kinderspiel gespielt wird. Ich fand es im Verhältnis in der Darstellung auch zu krass, weil wir brauchen eigentlich nicht so eine enorme Gewaltdarstellung, das gibt die Story an sich auch nicht wirklich her. Trotzdem kann ich es in Rahnen der Intentionen des Schreibers und der Story an sich verstehen und ist für mich in Ordnung. Deshalb rege ich mich jetzt nicht tierisch darüber auf. Ich denke nur, ein bisschen weniger hätte es sein können. Ich verstehe schon, warum das da ist, jetzt mal abgesehen davon, dass wenn das wirklich ein Mittelfinger an diesen Schauspieler war, was für mich reine Interpretation meinerseits ist. Also ich verstehe das schon. Man will dafür diese Begisible da halt Wut aufbauen. Der Zuschauer soll mit Seven da abgehen. Aber ganz ehrlich, ich habe für Seven, Seven läuft Amok und JL ist zum zweiten Mal, leistet er Beihilfe zum Mord. Letzte Woche wird durch seine Handlung der romulanische Senator enthauptet und jetzt werden auch mehrere Leute einfach erschossen und diese Begisible wird vaporisiert. Nicht, dass in Star Trek schon Leute vaporisiert wurden, sind ja, das passiert alle naselang. Es ist schon klar. Darum geht es mir auch gar nicht. Es geht nur darum, dass ich zum Beispiel so ein Charakter wie Seven, nachdem ich dann die Folge sechs gesehen habe, weißt du, was ich mir gedacht habe? Warum haben die eigentlich Hugh und Seven nicht vertauscht? Also warum ist Seven, die zum Beispiel an Bord der Voyager immer die Wissenschaftlerin und durchaus auch, ich möchte mal sagen, ein bisschen intellektuelle war? Warum ist die eigentlich nicht die Leiter von dem Rückgewinnungsprogramm? Die ist ja auch die weitaus prominentere Exborg und Hugh, von dem wir mit Verlaub eigentlich danach überhaupt nichts mehr gesehen haben, was mich auch total irritiert hat, dass der dann so Picard total umarmt. Da habe ich mir so, hä, wieso das denn? Klar, die haben sich mal gesehen, aber das ist jetzt eigentlich, also man weiß ja gar nicht, wo der dann am Ende abgeblieben ist. Wenn es einer weiß, schreib es in die Kommentare, aber so ein Hugh, wenn der bei diesen Fenris Rangern gewesen wäre, das hätte ich viel cleverer gefunden. Nee, denke ich nicht. Nee, nee, überhaupt nicht. Der war einer der ersten Borg, die befreit worden sind, wenn überhaupt der erste Borg in der Föderation, der dazu gekommen ist. Klar hat er einen Vertrauensvorschuss bekommen, weil das Jahre war, bevor Seven of Nine mit der Voyager überhaupt zurückgekommen ist. Jetzt denkt ihr mal, die fliegen nach, keine Ahnung, wie viele Jahre waren sie unterwegs? In Story zehn Jahre oder so. Kommen sie zurück, haben ein paar Borg dabei, quasi die Feinde der Föderation und die sollten der Ex-Borg jetzt irgendwie trauen, die jetzt gerade mal dazugekommen ist und sich vielleicht ausgestoßen fühlt nach dem ganzen Ich weiß es nicht. Da ist es auch viel klarer, dass ein Hugh einen gewissen Vertrauensvorschuss hat, wenn die Föderation schon länger mit ihm gearbeitet hat und auch weiß, was sie von ihm halten halten soll, weil die Föderation vielleicht auch einfach die Person Hugh geprägt hat, der ja wie ein kleines Kind war, als er da rausgekommen ist aus dem aus dem Borg-Kollektiv. Von daher kann ich das schon nachvollziehen und dass Seven of Nine jetzt so einen drastischen Weg gemacht hat, das ist auch im Sinne der Dramatik völlig verständlich, weil erstens, wie gesagt, kam sie dann mit der Voyager nach zehn Jahren in eine Föderation, in eine Welt, die sie so nicht kennt, die sich vielleicht dann auch nochmal durch die Ereignisse auf Romulus deutlich verstärkt hat und sie entsprechend in der ganzen Borg-Geschichte eigentlich ein Außenseiter ist, der noch weiter in die Außenseiterrolle getrieben wird und durch den Verlust der Kinder einfach weder nicht einfach die Kontrolle verliert. Sie ist dann nicht mehr die Annika, die sie am Ende geworden ist, sie ist wieder Seven of Nine. Ist sie am Ende von Voyager Annika geworden? Weiß ich nicht mehr. Ja. Ja? Okay. Ja, sie wollte auf jeden Fall von ihren Freunden mit Annika angesprochen werden, falls ich mich nicht zu sehr falsch erinnere. Aber im Prinzip hat das die Episode ja auch betont, die Bichesse, die sich ja scheinbar da ausgegeben hat, als Wersin-Borg-Freund hat sie ja auch offensichtlich früher Annika genannt. Ja, das ist richtig. Und das zeigt doch ihren Fall und das zeigt auch das ganze Universum, diese ganze Welt, was mit dieser Welt passiert ist, dass wir einfach nicht mehr die Föderation aus der Zeit von DS9 und TNG da haben, sondern dass wir ein durchaus dunkleres Universum und mehr in einer Dystopie statt einer Utopie sind, in der gute Charaktere, die Ideale hatten, einfach ähm, der, die eine verfällt nur Alkoholismus, die, aber die Raffi war ja scheinbar schon früher ein bisschen abhängig, äh, Picard ist desillusioniert, Seven of Nine ist des isolio, isolio, ja, illusioniert, was für ein schwieriges Wort. Schneide ich nicht raus. Ich frag mich noch, was mit Riker und Troy sein wird, ob die wenigstens noch so sind wie Frau. Ach, die sind geschieden und haben irgendwie drei Kinder adoptiert, die sich von ihnen entfremdet haben. Irgendwie so ein Kram. Nein, natürlich nicht. Aber ich hoffe, du, äh, ich, ich finde es nachvollziehbar im Sinne der Story, sogar in der internen Story, dass diese Sachen überhaupt passiert sind und dass Seven of Nine so hardcore und so drastisch, äh, geworden ist zum Einzelkämpfer in einen Outcast, dass sie immer noch Gerechtigkeit verteidigen will, aber eher Deadpool-mäßig und, äh, nicht Picard-mäßig. Das zeigt diese Episode wunderbar und zeigt auch weiterhin, wie weit diese Welt leider ins Negative abgedriftet ist. Ja, ich, ich gehe da mit dir leider nicht d'accord. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, tue ich nicht, weil mein Wissensstand ist der, dass Hugh mit seinen getrennten Borg-Kollegen versucht, irgendwie so sein eigenes Ding zu machen. Der hat mit der Föderation überhaupt nichts am Hut. Der ist einfach nur mal auf der Enterprise gewesen, fertig und hat danach noch mal in der einen Doppelfolge mit denen was zu tun und meines Wissens geht der dann irgendwie, ähm, will er dann irgendwie versuchen, im Kollektiv noch weiter Unruhe zu stiften, irgendwie so ein Kram. Stimmt. Ja, so. Und, 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 und Seven hat, keine Ahnung, fünf Jahre auf einem Föderationsschiff hinter sich. Sorry, nee, da muss ich leider sagen, da kann ich deine Argumentation so gerne ich ihr auch manchmal folge. In dem Fall bleibe ich bei meiner Meinung und sage, die Rollen hätte man vertauschen sollen. Ähm, okay. Es gab ja, weißt du, der Punkt ist, wenn ich mir auch andere, ich höre ja im Nachgang, wenn wir aufgenommen haben, höre ich mir auch ja da auch andere Podcasts an. Und, äh, wenn ich halt eben, also ein Satz, der häufig fällt, ich höre locker sechs Podcasts über die 14 Tage verteilt, nicht immer jede Folge, aber mal so, mal so einen Überblick zu verschaffen. Und ein Satz, der halt ganz häufig fällt, neben vielen anderen, da habe ich extra mal einen Tweet von abgelassen, ist, jetzt wollen wir aber auch mal was Gutes sagen. Ja, und wenn dann mal was Gutes gesagt wird, ganz ehrlich, dann sind das, aber es sieht gut aus. Und die Musik ist schön. Und, ähm, die Schauspielerin, die hat das gut gemacht. Ja, aber ich höre nie, wow, das hat mich überrascht. Oder, hey, die Story war mal gut oder sonst irgendwas. Ja, das heißt, wenn irgendjemand anfängt, was Gutes zu sagen. Deswegen frage ich mich ganz ehrlich auch, gut, den Leuten gefällt es, das muss ich akzeptieren. 60 Prozent der Leute da draußen finden das top. Ganz ehrlich, ich kann es nicht verstehen, aber ich muss es akzeptieren. Ich sage auch nicht, dass diese Leute alle doof sind oder jetzt keine Ahnung von Serien oder sonst irgendwas haben, aber es ist einfach anscheinend, liegen da geschmacklich dann doch Welten dazwischen. Natürlich finde ich es schön, wenn so ein Voyager-Theme mal anklingt, ja, und, äh, und so weiter. Das ist alles, alles nett, ja. Und sie haben sogar an den, ähm, wie ist das, das Kortikalknoten gedacht, äh, der Ichab gefehlt hat, weil er denen in einer Voyager-Folge Seven gespendet hat, ja. Aber das sind halt so Mini-Details, Mini-Details, ja, die so ein Worldbuilding betreiben, aber auch nur, wenn du halt diese Voyager-Folge, wo halt eben Seven fast stirbt und nur durch diesen Kortikalknotenpunkt von Ichab gereppt, bla, bla, bla. Wenn er das nicht weiß, dann ist das ein Nebensatz, der im Geballer untergeht und das ist dann für mich irgendwie kein, 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 kein Worldbuilding mehr und von den ganzen Logik-Lücken in der Funktionalität dieser Welt will ich gar nicht anfangen. Aber das ist, verstehst du, so, so schöne Ideen da, auch, auch, auch tolle Bilder, was, was gehen sie jetzt alle in der sechsten Folge steil auf diese Überblendung-Effekt, wo der PK in der Google-Bildersuche darum surft und dann sein Locutus-Bild findet und dann schwenkt die Kamera ganz bedeutungsschwanger rum auf ihn drauf und dann fasst er sich an die Wange, weil da sein Locutus-Implantat ist. Das wäre ein toller Shot gewesen, man hat ihn aber schon zweimal vorher verwendet, nämlich einmal für Sochi mit dieser Astro-TV-Romulana-Tante und einmal für Ruffy mit ihrem Sohn. Das heißt, dann ist es doch kein, kein innovativer Shot mehr, dann habe ich den schon zweimal vorher durchgenudelt. Statt ihn mir aufzuheben... Stilmittel. Statt ihn mir aufzuheben für was Bedeutungsvolleres. Ich fand auch die Einführung von Yu in der sechsten Folge super, wenn ich ihn vorher nicht schon gesehen hätte. Wäre an der Stelle für mich, wäre da Yu zum ersten Mal reingekommen, wäre das ein toller Auftritt gewesen. Ein richtig toller, geschriebener, inszenierter Auftritt. Aber so habe ich ja vorher schon gewusst, dass Yu da ist. Da war, für PK war da eine Überraschung, aber für mich als Zuschauer doch nicht. Das sind so, das reiht sich so ein Ding aneinander. Ich glaube, wir müssen da wirklich jetzt mal trennen. Ich glaube, wir müssen mal wirklich zwischen den Hardcore-Star-Trek-Fans trennen. Ne, das hat mit Hardcore-Star-Trek überhaupt nichts zu tun. Das sind inszenatorische Schwächen. Nein, 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 nein. Gerade auch vielleicht Yu. Klar, wäre es am Ende vielleicht etwas intelligenter gewesen, in der Verbindung PK zu Yu, ihn dann zu zeigen, aber das weiß doch der unerfahrene Zuschauer eigentlich nicht. Und das ist für mich der Unterschied zwischen dem neuen und dem alten Star-Trek. Wir sind hier in einer ganz anderen Prämisse. Wir sind hier in einer ganz anderen Stilistik und wir sind hier in einer ganz anderen Erzählweise. Und ich verstehe, dass das einem etwas aufstoßen kann, wenn man was völlig anderes erwartet hat. Aber ich glaube, und das höre ich bei den ganzen Kommentaren mal den Leuten immer wieder raus, die PK und Discovery so hart kritisieren. Ich meine, wir machen es auch in der Art und Weise, dass wir uns einfach wünschen, was diese Serien hätten sein können, was sie aber nicht sind und was sie aber auch nicht sein werden. Weil ein ganz anderes qualitatives Team dahinter steht, andere Art von Schreibern, andere Art von Autoren und die machen eine andere Art Serie als Star Trek sie früher war. Und ich glaube, in dem Sinne bin ich in der Akzeptanzphase, dass ich akzeptiere, dass Star Trek einfach nicht mehr Star Trek von früher ist, sondern ein Post-JJ Abrams Star Trek, was eine Mischung sein kann, aber nicht auf dem Niveau agiert, auf dem Sci-Fi-Niveau, was vielleicht die meisten Hardcore-Fans erwarten. Ich glaube nicht, dass es was mit Hardcore-Fans zu tun hat. Ich habe es in einem Discovery-Podcast schon mal gesagt, ich werde es auch wiederholen und ich weiß, du verdrehst schon die Augen, weil du es nicht mehr hören kannst. Ich sage es aber trotzdem. Star Trek hat seinen Markenkern aufgegeben, meiner Meinung nach ohne Not. Ja, es gab ein paar Jahre, da war Star Trek durchaus am Boden. Höre ich jetzt ja sofort, wie die Leute sagen, ja, war der Berman bla bla, der hat es ja auch an die Wand gefahren und Enterprise war ja auch kacke etc. pp. Also erst mal, ob Enterprise in der Retrospektive so kacke war, weiß ich gar nicht und ich glaube, alle sind sich drüber einig, dass Staffel 3 und 4 durchaus gut waren. Dann kommt ja immer dieses Argument, ja, die Star Trek-Serien, die waren ja in den ersten zwei, drei Staffeln grundsätzlich immer doof. Das war so, ja, das ist richtig, aber das ist auch schon 30 Jahre her und inzwischen leben wir ja im angeblichen goldenen Zeitalter der Serie oder vielleicht haben wir es auch schon wieder überschritten, vielleicht sind wir schon wieder auf dem absteigenden Ast, keine Ahnung, aber ich kann eigentlich und das schaffen ja andere Serien auch, ja, ich zitiere an der Stelle nochmal Breaking Bad oder Better Call Saul, die es schaffen, ab Staffel 1 ein Niveau zu liefern und sich nicht erst noch eingrooven müssen. Ich gestehe jedem ein gewisses Eingrooven zu, aber in einem Star Trek-Universum muss ich mich nicht mehr eingrooven, das steht schon. Da muss ich einfach nur mir die Sandkasten nehmen, die Förmchen nehmen und was draus bauen und das, was da gebaut wird, ist einfach Kappes und zwar aus ganz vielen Stellen und es hat nichts mit Hardcore Star Trek zu tun, sondern es ist einfach schlicht und ergreifend handwerklich schlecht. Die Ideen sind da, die Ideen sind auch grundsätzlich gar nicht mal so schlecht, aber es wird halt einfach nichts draus gemacht und das, was sie machen, ist dann teilweise so hanebüchen, dass man sich wirklich fragt, was soll das? Nehmen wir zum Beispiel nur mal diesen komischen Transporter aus der sechsten Folge, der von diesen Sakkarianern da oder wie die heißen kommt. Der ist aus einer Voyager-Folge und in dieser Voyager-Folge, das ist glaube ich eine der ersten oder früheren Voyager-Folgen, kommt die Voyager auf diesen Planeten und diese Spezies, die da lebt, diese Sakkarianer oder wie die heißen, die haben halt diesen Transporter und der kann bis zu 40.000 Lichtjahre, kann man sich da bewegen. So und dann ist natürlich die Voyager-Crew total happy und sagt, das ist ja super, dann kommen wir ja schon mal, haben wir nur noch 30.000 Lichtjahre zu, ich glaube 70.000 Lichtjahre hatte die Voyager zu fliegen, also haben sie also schon mal einen Riesensprung gemacht und dann dürfen die das nicht, weil die Bewohner dieses Planeten eben sagen, nein, wenn dieser Transporter einer fremden Macht in die Hände fällt, dann ist das die Büchse der Pandora, weil dann kann man ja praktisch alle so und jeden sofort erobern. Ja, verstehe ich auch, also die Voyager darf die Transporter-Technologie nicht nutzen, sie müssen halt leider händisch fliegen. Janeway akzeptiert das, Zähne knirschend und so weiter und sie fliegen davon. So, das heißt, das war einmal in einer Folge ein Plot-Ding. So und jetzt wird mir dieses Ding eingeführt, das heißt, dann sind wir wieder bei dem, dass sie ihren Kanon durchaus kennen, nur sie haben überhaupt keine Ahnung, was sie damit machen sollen. Das heißt, irgendeiner hat mal von diesem Ding da gehört, weil er vielleicht letzte Woche im Rewatch nochmal Voyager angeguckt hat und da sagt, oh, das ist ja total super und die Implikation, die das Ding mit sich bringt, nämlich, wenn ich das bei den Borg in den Kubus stelle, dann ist die nächste Frage, die sofort jedem in den Sinn kommt, warum benutzen die Borg das nicht, um einfach alles zu assimilieren? Das ist doch die perfekte Waffe. Nein, stattdessen machen sie Zeitreiseplots, die nach hinten losgehen. Also, ich führe etwas ein und die Folgen sind mir einfach scheißegal und das kritisiere ich und das hat nichts mit Hardcore Star Trek zu tun, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass das und ich wiederhole mich hier leider und immer wieder sloppy work ist, schlampig geschrieben oder schlampig gemacht. Nicht handwerklich im Sinne von, dass hier der Schnitt scheiße ist. Hier ist sogar die Kamera gut und der Schnitt ist auch gut und über die Tricks, die sind auf Hollywood und Filmniveau, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Auch die schauspielerischen Leistungen, alles von mir aus in Ordnung. Sogar, ich glaube, PK ist sogar der schlechteste, also der schwächste, nicht der schlechteste, der schwächste von allen, die da mitspielen, gefühlt irgendwie. Aber solche Sachen einzuführen, das ist einfach schlechtes, schlampiges Writing und wie bin ich da drauf gekommen? Über den Markenkern, ich habe es, ich sage es nochmal, diese Serien inspiriert niemand, diese Serie biedert sich allen anderen Serien an und man versucht krampfhaft nachzumachen, was andere vorgemacht haben. Man hat aber überhaupt nicht verstanden, warum Game of Thrones so gut war, zumindest bis zum Ende hin, sondern man nimmt daran mit, wenn wir nur genug Gewalt reinmachen, dann wird das schon funktionieren. Das ist es aber halt einfach nicht. Und wenn sonst Star Trek den Trend gesetzt hat und alle Star Trek hinterher gehächelt sind, hechelt jetzt Star Trek den anderen hinterher und die machen es leider besser. Das ist ein bisschen wie mit der CDU und der AfD. Da hechelt die CDU auch dämlich der AfD hinterher und ich sage nicht, dass die es besser machen, aber Leute, die so drauf sind, dass sie die AfD wählen, die wollen das Original und nicht die billige Kopie davon. Das ist zwar bitter, aber es ist so. Genauso ist es hier auch. Ich gucke halt leider lieber die Expanse als eine billige Kopie davon. Und ein schönes Beispiel ist das Schiffdesign von dieser La Sirena. Könntest du mir das aufzeichnen? Weißt du, wie dieses Schiff aussieht? Ich wette nicht, weil du es überhaupt nicht erkennen kannst. Und du hast jetzt in deinem ganzen schönen Rant einmal bestätigt, was ich eben gesagt habe, in ein paar eloquenteren Worten. Der Markenkern, der früher mal da war bei Star Trek, ja, es ist mittlerweile ein anderer. Es ist nicht mehr die... Es ist kein anderer, es ist, es ist gar keiner mehr. Es ist kein anderer, es ist gar keiner mehr. Dann erklär mir bitte. Dann will ich wissen, was ist deiner Meinung nach der neue Star, der neue Markenkern von Star Trek? Und bitte, Herr Kapellmeister. Der Markenkern von Star Trek ist einerseits auf Nostalgie aufzubauen und andererseits, ja, wir würden jetzt nicht von sich selber aussagen, mittelmäßiges Sci-Fi zu liefern. Aus all den Gründen, die du eben gebracht hast, kann Star Trek nicht mehr das sein, was Star Trek früher mal war. Star Trek rennt den anderen Serien hinterher. Und das ist auch meiner Meinung nach jetzt nicht dramatisch, weil vielleicht die guten Leute, die gute Science-Fiction schreiben und die gute Serien schreiben, einfach woanders sind. Und nicht bei CBS und nicht bei Star Trek. Und sich auch nicht dafür interessieren, dass Star Trek heutzutage neue Wege geht, sondern nur möglichst viele Zuschauer erreicht. Früher ging das so ein bisschen Hand in Hand, aber Star Trek hatte trotzdem immer so ein bisschen den Zwiespalt zwischen Quote und Fans. Und nur durch die Fans hat Star Trek größtenteils überlebt, was ja auch bei der Originalshow so war, weil die gecancelt wurde. Und die Fans haben es zurückgebracht. Und weil eine Basis von Fans da war, die die Serie und die die Filme unterstützt haben, gibt es diese Serie heutzutage immer noch. Und Leute haben gesehen, dass das Potenzial für diese Serie noch da ist. Aber diese Leute, hast du gerade schon gesagt, wissen vielleicht einfach nicht oder haben nicht verstanden, was früher Star Trek ausgemacht hat, was Star Trek heute ausmachen kann. Heutes ist Star Trek-Fleshy-Sci-Fi-Unterhaltung im Mittelmaß. Es braucht nicht zu intelligent sein. Es muss an die Nostalgie drangehen, wie was Star Trek früher mal war und spielt mit den ganzen Elementen, dass es in der Zukunft spielt und dass es Sci-Fi ist und dass es flashy ist und dass es einfach diesen ganzen Star Trek-Ton hat, aber einfach nicht mehr die Qualitäten erreichen muss, um Zuschauer zu haben, wie es früher mal hatte, weil früher musste sich Star Trek durchkämpfen und heute hat es Star Trek bequem. Also, sorry, dann bist du voll und ganz in der Akzeptanzphase. Ich bin in der Akzeptanzphase, genau. Ja. Dann hast du, dann hast du recht, ja. Oder, 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 oder sogar schon oder sogar schon Resignation, ja. Je nachdem, ja. Also da lasst du jetzt die fünfte Phase der Trauer durchschritten beziehungsweise bist drin in der Akzeptanzphase. Ich verstehe, was du sagst. Und ich finde, ich finde, ich finde das ja auch gar nicht schlimm. Ich meine, damit Star Trek wie früher sein kann, hätten die neue Wege gehen müssen und diese neuen Wege hat man nicht gehen können durch eine Prequel-Show und eine Show, die einen alten Charakter wieder verwurstet. Man hätte neue Charaktere in einer neuen Zeit mit neuer Technologie und aktuellen Bezug aufbauen müssen und schreiben müssen. Das ist Star Trek aber nicht, weil ich es ja eben schon gesagt habe, weil es einfach auf dem, was Star Trek im Allgemein gut ist und in der Vorstellung der Allgemeinheit darauf aufbaut, um sich gut zu verkaufen, um Nostalgie zu verkaufen. Also du willst mir also im Grunde genommen damit sagen, es ist kacke, aber du regst dich nicht mehr drüber auf. Ich reg mich nicht mehr drüber auf, weil ich sehe, was aus den Folgen gemacht wird und ich sehe auch, welche Leute dahinter sind und diese Leute schaffen es einfach heutzutage nicht mehr so eine hochwertige Science-Fiction- Unterhaltungsserie hinzubekommen, wie es früher war, was auch nicht schlimm ist, weil es gibt genug alternative Produkte und wenn trotzdem ein bisschen Star Trek dabei ist und ein bisschen Good Feeling vom Alten her, ist das für mich erstmal völlig in Ordnung. Wenn ich was Neues von Star Trek haben will, dann muss es auch eine komplett neue Serie sein, die es aber bisher noch nicht gab. Ich bewundere da, ich beneide dich, dass du schon in Phase 5 angekommen bist. Ich glaube, ich werde mich noch eine ganze Weile vielleicht noch irgendwie bis in die zweite Staffel Picard oder dritte noch, ich meine, das Problem ist, ich bin ja noch in Phase 2, ich bin ja noch beim Zorn, ich habe ja noch vor mir das Verhandeln, das wird ganz schlimm, weil ich kann mit niemandem verhandeln, das ist halt echt mies, ja, dann kommt die Depression und dann kommt die Akzeptanz. Wann hast du bitte schön diese anderen Phasen durchlebt? Naja, es läuft ja nicht immer ganz klassisch ab, wie man sagt in dieser Theorie, man springt ja auch gerne zwischen den Phasen mal hin und her und auch nach der Akzeptanzphase kann man auch mal immer wieder zurückfallen in die anderen Phasen hinein. Also es ist kein linearer Verlauf, es ist wie Zeitreisen in Star Trek, es ist nicht konstant. Gehen wir wieder mal zurück zu der Folge oder zu den Folgen. Ich meine, ganz ehrlich, den, den in der Folge 6, als sie dann auf dem Borg Cube sind, das fand ich ja grundsätzlich sogar gar nicht mal so schlecht. Das hatte durchaus Spannung, das hat sich ein bisschen wie eine Firefly-Folge angefühlt, so ein bisschen. Das war wirklich, hat Spaß gemacht zu gucken, ja, und auch Picard, ich meine, dieser Borg Cube mit diesen, mit diesen Lego-Bausteinen, Haken dran, okay, aber ja, das, das hat wirklich Spaß gemacht zu gucken, bis hier halt in diese Königin kam er. Und dann, also das ist halt alles so, so vorhersehbar. Er sagt noch zu Elnor, aber nicht nachkommen. Und du weißt ja ganz genau, jetzt kommt er nach. So, ganz okay. Bleib mal, ich will aber noch zu, zu, zu Folge 5 zurück. Sorry, ich bin, bin ein bisschen gesprungen und ja, ich habe mich auch etwas in Rage geredet. Eine Sache, die mir heute Nachmittag noch eingefallen ist, zu einem unserer letzten Folgen, und zwar die mit, das bringt mich dann auch gleich zu Agnes, mit Commander O, ja, und der Sonnenbrille. Da wird ja dann draus gemacht, ah, die ist ja gar keine Vulkanerin, die ist ja vielleicht eine Romulanische Spionin. Fällt mir, ist mir heute Mittag so eingefallen. Ich so, ja, dann habe ich mir gedacht, das kann ja sein, dass das so ist, aber das wäre halt selten dämlich, weil wenn die dann mit einer Sonnenbrille auf der Erde rumrennt, dann würde halt jeder sie ansprechen und sagen, sind sie nicht Vulkanier, brauchen sie überhaupt eine Sonnenbrille? Also, das wäre im Grunde, könntest du auch gleich ein Schild tragen, einem Spy. Ja, aber da kann man ja dann wieder drum herum schreiben. Ich meine, in Star Trek ist es ja nicht ungewöhnlich, dass Gesichter von anderen übernommen werden durch irgendwie plastische Chirurgie. Alle sind mal irgendwann Klingone gewesen, alle sind mal irgendwann Jem'Hadar gewesen, sodass das kein großes Problem ist. Und dann vielleicht eine alte Kriegsverletzung oder eine Verletzung im Rahmen der Cyborg, der Androidenangriffe, reinzuschauen, schreiben, sehe ich jetzt nicht so. Ganz ehrlich, es ist auch völlig furcht, weil es wird sowieso nie wieder Thema sein. Das ist eins von den Dingen, das haben die reingebracht, weil sie es lustig fanden in dem Moment und total cool. Und wir Star Trek Fans machen uns jetzt einen riesen Kopf, weil es eigentlich sein kann und die haben sich überhaupt nichts beigedacht, sondern wahrscheinlich war es wie der Kaffeebecher bei Game of Thrones. Die hat einfach vergessen, die Brille abzuziehen. Und da haben sich alle am Set drüber beömmelt und haben gesagt, ey, cool, lass auf. Ja, und fertig. Oder Agnes hat vergessen, hier die Alice Pill hat vergessen, ihre iPod-Kopfhörer aus dem Ohr zu nehmen und haben sie aus Versehen mitgefilmt und haben gesagt, ey, lass einfach drin. Ja, also von daher. Moment, Moment, das gibt es aber heute schon. Ich habe auch solche Kopfhörer, die kann ich in den Modus reinstellen, dass ich andere hören kann. Ja, wurscht. Ich glaube denen einfach nichts mehr. Aber bleib mal bei Commander O und Agnes. Also Agnes, ich hatte es ja schon vermutet, ist ein, also in der Form, dass das so ausgeht, hatte ich es jetzt nicht vermutet. Allerdings, als ich gesehen habe, dass sie eine Beziehung mit Maddox hat, da dachte ich mir schon, oh ey, da wird er die Folge nicht überleben. Genauso war es ja dann auch. Spekulier doch mal, was weiß Agnes, was er nicht weiß, weshalb sie ihn umbringen muss. Weil sie ihm ja anscheinend, sie hilft ja, sie stellt ja den Tod, oder sie stellt das wohl vieler über den Tod von Maddox. So verstehe ich das. Ich meine, ich hätte mal auch in irgendeinem Trailer gesehen, dass diese Commander O mit irgendjemand Mindmeld macht. Da kam mir so die Idee, vielleicht ist ja der Geist von der Commander O in der Agnes drin. So wie Spock früher in Pille drin war. Also es ist ein Mindmeld macht Sinn, um einfach schnell zu zeigen, worum es geht. Man erklärt es nicht, man zeigt es durch ein Mindmeld direkt. Das ist klassisch. Ich kann es besser zeigen, als es zu sagen. Das könnte ich mir vorstellen. Aber was dieses Mindbreaking Ding sein soll, worüber sich jetzt alle, alle Gedanken machen und was Agnes da gesagt bekommen hat oder gezeigt bekommen hat. Schwierig. Also wir können ja mal gucken. Es hat irgendwas wahrscheinlich mit diesem Borg-Kubus zu tun. Wahrscheinlich mit dieser Satwasch oder Tal Shia, beziehungsweise jetzt sagen ja alle mittlerweile wieder Tal Shia und nicht Satwasch. Stimmt, ist mir auch aufgefallen. Ja. Ja. Ich bleibe bei meiner Theorie, dass die Romulaner irgendwie entweder die Borg erschaffen haben oder etwas erschaffen haben. Vielleicht ist es ja auch so, hm. Das erinnert mich so ein bisschen an Stargate, weil Stargate hatte ja auch mal irgendwann diese Episode, wo die gezeigt haben, wie die Replikatoren erschaffen worden sind. Durch den Unfall, dass diese eine sich das als Spielzeug gebaut hat, als hyperintelligente Spielzeug, was dann irgendwann ein Eigenleben entwickelt hat. Vielleicht ist es ja so ein bisschen mit den Androiden, dass die verseucht worden sind mit Viren der Borg. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es wird auch, wie du hier gemutmaßt hast, nicht unbedingt nachvollziehbar sein von den Hinweisen, die wir in diesen Storys bekommen haben. Da bin ich wieder bei der Akzeptanz. Die können mich überraschen und da bin ich freudig. Aber in der Qualität dieser Serie glaube ich nicht, dass das ein riesen Wow-Effekt und Cliffhanger sein wird, mit dem am Ende nie jemand durch irgendeine Theorie gerechnet haben könnte. Ja. Der erste Gedanke, der mir halt dann auch kam, also Agnes kommt hier mit dem Mord durch. Dieses, dieses MHN schaltet sich bei jedem Scheiß ein. Bei jedem Scheiß. Aber bei unterlassener Hilfeleistung kann ich es einfach abschalten. Okay. Was mir überhaupt so in dieser Welt. Aber das Problem hatte der Doktor ja damals auch immer, dass er einfach abgeschaltet wurde. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich bin gespannt, ob, ob, wenn das nächste Mal aktiviert wird, ob er dann das sagt. Ich bin echt mal gespannt oder ob sie das auch wieder vergessen. Was mir auch noch so aufgefallen. Wahrscheinlich hat sie es rausgelöscht. Ja, da hat sie doch gar nicht. Würde ich jetzt in der Logik der Serie sehen. Wahrscheinlich, weil sie jetzt auch noch nebenher noch Hackerin ist. Sei es drum. Was mir aber so aufgefallen ist. Ich wollte in dieser Welt jetzt gar nicht leben. Jetzt gar nicht, weil die sich alle naselang alle umbringen und alle wieder völlig. Nein. Weißt du, wie schlimm das ist? Du wachst auf und sofort geht das Licht an. Ist dir das aufgefallen? Egal wo. Außer bei Picard im Chateau. Egal wo. Egal wann. Wer da aufwacht, geht sofort das komplette Raumlicht an und zwar in Flutlichtbeleuchtung. Bei Sochi im Zimmer, hier bei Raffi im Zimmer und bei Agnes glaube ich irgendwie auch. Die wachen auf und sofort geht es nicht. Das ist ja grausam. Das ist ja schlimm. Da möchte ich nicht wohnen. Ich brauche morgens erst mal so. Da ist mir schon die Leuchtanzeige vom Radio zu hell. Ja, also. Ne, das ist mir in der Tat gar nicht aufgefallen. Aber müsste jetzt mal mal wieder in die alten Serien zurückgehen und gucken, ob die auch alle direkt mit so großem Licht geweckt worden sind. Ich glaube ja. Nur da ist es mir aufgefallen, weil die so große Leuchten halt auch noch teilweise haben. Ist dir auch aufgefallen, dass die jetzt Picard versuchen, in alles mögliche französische reinzudrücken? Oh Gott, ja. Die Onestranger haben es vor ein paar Jahren mal gesagt, dass Jean-Luc the most British Frenchman in the Universe ist. Er hat hier französisch gesprochen. Er lebt in Frankreich und er hat jetzt einen gefakten französischen Akzent drauf gehabt, den Patrick Stewart aber meiner Meinung nach so dermaßen verhauen hat, weil er sich nicht entscheiden konnte zwischen dem Akzent und seinem normalen Akzent, was ich sehr, sehr amüsant fand. Boah, das war auch so ein Punkt. Du hast es auf Deutsch geguckt, ne? Ja, ich habe aber auch mal rumgeschaltet. Wir haben es ja als Intro in der heutigen Folge. Spass, the final frontier. Ganz ehrlich, auch damit habe ich ein Problem. Entweder die Folge ist jetzt brutal oder sie ist lustig. Ich habe nix in Anführungszeichen gegen eine brutale, ernste Folge. Ich habe auch nix gegen eine Comedy-Folge. Aber dieser Mischmasch war irgendwie albern. Und ganz ehrlich, was, was sollte denn das sein mit der Augenklappe? Also der sah für mich aus. Und dann noch mit dieser Akzent, der hätte auch direkt aus einem Inspektor-Klusow-Film stammen können. Und zwar genau so. Und als er dann später mit mit Seven dann spricht und sie dann dieses schwerwiegende Gespräch über ihre Gefühle als Exborg haben. Und er hat halt die ganze Zeit noch diese Kack-Augenklappe auf der Stirn. Ja? Dann denke ich mir so, boah, ey, mach das doch nicht. Mach das doch nicht. Also das fand ich eigentlich eine der schönsten Szenen. Also diese Absurdität der Kostüme fand ich gar nicht schlimm, weil sie mich das wieder auch an alte Star-Trek-Zeiten, wo die auf irgendeinem Planeten dann unterwegs sind oder im Holodeck oder so erinnert hat. Alles gut, ich weiß. Schau dir mal diese Kostüme in den 90ern an. Ich weiß, aber halt nicht in Verbindung mit der Gewalt. Weißt du, entweder ich mache eine lustige, etwas Comedy-mäßige Folge, so eine Holodeck-Folge oder keine Ahnung was. Ja, es ist aufgesetzt. Genau. Also sie kriegen, ich verstehe es auch wieder hier, deine Kritik und ich sage auch hier, sie kriegen es halt nicht so schön hin, wie es früher mal war. Da hat man auch die ernsten Momente mit ein paar lustigen Momenten gut vermischen können. Die Klingonen konnten gleichzeitig lustig, brutal und ernst sein. Also das hat in den Klingonen-Folgen immer gepasst, dass diese drei Elemente vermischt worden sind. Es gab früher nicht in den 90ern diese drastische Darstellung, wie sie es jetzt im Streaming-TV gab, weil man im öffentlich-rechtlichen Fernsehen war, so ungefähr. Da muss man, glaube ich, mit leben, dass auch ein Star Trek versucht, mal ein bisschen moderner in der Hinsicht zu sein, aber es entsprechend verkackt, weil es nicht unbedingt nötig ist. Ja, Star Trek braucht keinen Splatter und wie gesagt, das eine Mal, als es da in Conspiracy war. Wenn es angebracht ist, ist es okay. Ja, okay, aber das eine Mal da in Conspiracy, das war ja auch wirklich, ich sage mal, in der drastisch, in der drastisch, gibt es eigentlich das Wort Drastigkeit? Nee, in dieser Drastik, so rum heißt das Wort, genau. In dieser Drastizität. In dieser Drastik war das dann schon einzigartig und gab auch eine Menge Beef hinter den Kulissen. Und wenn halt sonst irgendwie einer durchbohrt wurde, dann ist zumindest halt nicht das Blut gespritzt und derjenige hat nicht geschrien wie am Spieß. Also, das war halt durchaus schon mal eine andere Qualität. Und das reicht auch einfach, also ich hätte diese Bejazzle auch nicht gemocht, wenn man das einfach irgendwie ein bisschen mehr gesagt hätte oder einfach nur angedeutet hätte oder wie auch immer. Oh gut, okay, sei es drum. Es hat einen aber echt total verwirrt, dass die Bejazzle echt wie eine junge Troya aus Season 1 aussah. Wer macht denn da bitte das Casting? Also, jetzt, wer macht denn, der eine sieht aus wie Spock aus Discovery, ja? Der Rios, also der ist auch so 0815 Han Solo Wolverine Ding irgendwie, der hat auch, also Raffi ist ein Charakter, die ist ein Typ, ja? Deswegen mag ich Raffi auch durchaus, auch wenn ihr Subplot mit ihrem Sohn, der nie wieder irgendwie aufgegriffen wird, einfach nur als Entschuldigung herhalten muss, damit sie sich jetzt besaufen kann mit anscheinend ja nicht mehr Sünde holen, weil sonst wäre sie ja nicht besoffen. Dieser Subplot, das war so Klischee. Also, verstehst du, man macht halt alles, ja, ich weiß, jetzt kommst du wieder, das sind halt einfach Kackwriter und du hast damit schon abgeschlossen, aber lass mich zumindest in dieser Folge noch ein bisschen drüber aufregen, auch als Solidarität für alle da draußen, die sich mit mir aufreigen und deren Sprachrohr ich heute einfach sein möchte. Dieser sinnlose Klischee-Subplot mit der versoffenen, verschwörungstheoretischen Mutter, die für ihr Kind nicht da war und der dann auch noch so sagt, so, du warst früher nicht für mich da, da brauchst du jetzt auch nicht für mich da sein. Oh mein Gott. Ohne Scheiß. Been there, done there, done to death. Irgendjemand hat sich ja aufgeregt, ich würde zu viel Anglizismen verwenden, aber das passt einfach gerade so gut. Done to death. Totgenudelt, ausgelutscht, durchgeritten und zwar seit 40, 50 Jahren Filmgeschichte und Seriengeschichte. Das ist einfach. Was hättest du denn jetzt als Alternative? Ich hätte es komplett weggelassen. Ich hätte es komplett weggelassen. Sie kann einfach, wenn sie schon ein Suchtproblem haben muss, dann kann sie ja schlicht und ergreifend einfach schon die ganze Zeit Alkoholikerin gewesen sein, wenn sie das unbedingt brauchen. Ja, und ich hätte auch. Aber war sie ja schon, hat man ja hier erklärt bekommen. Ja, also dann brauche ich doch, dann brauche ich doch diesen, diesen, dann brauche ich doch den Sohn mit seiner schwangeren Romulaner-Freundin nicht, um sie jetzt, um ihr jetzt den Schubser zu geben, dass sie, äh, ne, ne. Und dann kann ich mir halt. Das passt weiterhin sehr gut. Ja, aber dann nehme ich doch, aber dann nehme ich doch nicht den ausgelutschtesten Klischee-Trope ever. Den ausgelutschtesten. Das ist halt der Klassiker. Ja, und den mache ich, den inszeniere ich dann auch noch als, als, als lang, also unglaublich. Sorry, tut mir leid. Du kannst ja nichts dafür. Ich finde es im Rahmen des Charakters, finde ich es gut und auch passend, weil es einfach zeigt, welche, ja, welche Dinge dahinter stehen, warum sie einfach diesen Fall hatte. Warum, dass ihr Charakter immer scheinbar schon diesen Sucht, diese Suchtprobleme hatte in irgendeiner Form. Ich meine, das weiß man ja auch heute von Alkoholikern, dass es durchaus eine Veranlagung zu Alkoholismus gibt und zu Veranlagung zur Sucht. Und das scheint bei ihr schon immer dagewesen zu sein. Und woran kann man das besser zeigen, als an einer Familie, wo ein klassisches Familiendrama stattgefunden hat? Und das haben sie hier in dem Sinne gezeigt. Okay, ein bisschen zu sehr Klischee, vielleicht ein bisschen zu sehr draufgehauen, aber ich finde es in der Motivation des Charakters und wieso dieser Charakter so geworden ist und wieso sie weiterhin im Hintergrund so säuft und sich nicht davon abbringen lässt, finde ich es passend und nachvollziehbar, warum das passiert ist. Diesen Plot hätte man etwas besser schreiben können, aber ich finde diesen Plot in der Art und Weise schon angemessen für den Charakter von Raffi. Von mir aus können wir uns darauf einigen, dass sie vielleicht irgendwie so ein Erlebnis braucht. Trotzdem einfach das erste Klischee zu nehmen, das einem einfällt, ist halt, gut. Gut, okay, was haben wir denn noch? Eine, ah, mir fällt jetzt, mir fällt gerade noch mal ein, ich habe doch eine kleine Theorie gehabt, was dieses Ding sein könnte, dieses Mind-Melting-Problem, was die Romulaner da geschaffen haben. Was ist denn, wenn die Romulaner und die Föderation versehentlich selber die Supernova ausgelöst haben? Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass so eine Supernova durchaus einige Jahrtausende braucht, um sich zu entwickeln. Und was ist denn, wenn es auch wirklich so ist im Universum und durch irgendein Experiment, die Supernova ausgelöst wurde, vielleicht durch die Föderation und die Romulaner zusammen, die an etwas gearbeitet haben, um dem Quadranten Frieden zu bringen und ewige Energie und dadurch die Romulanische Zivilisation, das Imperium ausgelöscht haben? Ja, aber was hat das da mit Maddox zu tun? Der möchte es ja selber wissen. Der weiß es ja auch nicht. Das wird ja in der nächsten Episode. Nee, Maddox weiß nur nicht, warum die, nein, Maddox weiß nur nicht, warum die Synths durchgedreht sind. Er weiß, das hat ja mit der Supernova erstmal nichts zu tun. Ja, wahrscheinlich werden die, die für irgendwelche Zwecke benutzt haben, die wir noch nicht wissen. Also ich habe noch nicht alle Puzzleteile. Das ist schon klar. Deshalb ist es ja auch eine Theorie. Ich habe es mir nur so aufgeschrieben, dass was kann denn schrecklich genug sein, damit man nicht mehr darüber reden will und damit nicht das Ganze, die ganze Föderation zusammenbricht. Und ein Ding könnte sein, ja, die Föderation hat die Supernova ausgelöst. Ja, okay, von mir aus. Kann sein, dass es das ist. Muss nicht sein. Ich frage mich halt immer noch, was hat eigentlich dieser Synth-Aufstand mit dem Abbruch der, also ich, was ich immer noch nicht gematcht kriege, ist, warum die Föderation die Romulaner aufhört zu retten wegen dem Synth-Aufstand. Das kriege ich immer noch nicht gematcht. Also da ist für mich einfach, ich weiß, ich weiß, aber es ist, ich weiß, aber es ist für mich immer noch, es passt für mich nicht. Ja, ein PK hätte dann eben, das habe ich in der letzten Folge gesagt, eine eigene Rettungsmission angeleitet und was mir ein Gedanke, der mir auch unter der Woche noch kam, war, oder habe ich den, glaube ich, woanders gehört. Ich glaube, ich habe ihn, hallo Federation-Class, ich habe, ich glaube, ich habe den, glaube ich, bei euch gehört, den Gedanken. Die Romulaner sind ja jetzt eine relativ erfolgreiche, raumfahrende Nation gewesen. Was ich irgendwie nicht so ganz verstehe, ist, warum die dann plötzlich in so einen Flüchtlingsstatus zurückversetzt werden und irgendwie auch 15 Jahre später so überhaupt nichts gebacken kriegen. Also das, das verstehe ich nicht. Aber da will ich jetzt, jetzt gar nicht jetzt drüber reden. Das ist nur so ein Gedanke, den hat irgendjemand geäußert und da sage ich so, stimmt eigentlich. Vor allem, weil dann diese Rückgewinnungsaktion irgendwie auch nicht dazu passt. Also was ist denn jetzt mit dem Romulanischen Imperium? Ist halt jetzt weg? Ich meine, nur weil eine Sonne explodiert ist, die werden doch mehrere Sonnensysteme haben. Also ich kriege es nicht ganz zusammen, aber das brauchen wir heute auch nicht. Wird sowieso keine Auflösung darüber geben. Ich habe, wenn du nichts mehr hast, habe ich noch eine Sache. Also es gibt noch tausend Sachen, aber eine hätte ich noch. Was hast du denn noch? Eine Sache fand ich ganz nett an dieser Episode. Einerseits mehrere Sachen. Einerseits fand ich die Seven of Nine Story eigentlich sehr schön. Ich habe es genossen, sie wiederzusehen, weil ich es immer einen interessanten Charakter fand. Ich fand es zu kurz. Ich hoffe, dass sie nochmal auftaucht und dass es jetzt nicht diese One-Off-Episode war, weil das würde mich dann tierisch stören, wenn nach diesen zehn Episoden, die wir da haben, Seven of Nine nur einmal vorgekommen ist, obwohl sie groß im Marketing vorkamen. Dieser Charakter hätte ein schönes Potenzial als Gegensatz zu PK in diesem ganzen Konstrukt gehabt. Es ist der klassische Twist zu TNG ist hier in dieser Episode einfach. Früher hat man in Next Generation, es gab das Drama, es gab die Action und dann wurde geredet und durch das Reden wurde dann das Ganze aufgelöst und man hatte meistens ein gutes Ende. Hier ist das Gegenteil. Die versuchten zu reden und die auch waren kurz davor, ein gutes Ende hinzubekommen, aber Seven of Nine ignoriert es einfach und geht trotzdem hin und killt die. Das ist so ein bisschen ein Twist zu dem, wie so eine TNG-Episode früher funktioniert hätte. Das fand ich schön und in dieser Episode wurde das erste Mal am Rande erwähnt, was dann einen Payoff in der nächsten Episode gibt, dass Soji diese Mother AI, also diese Mutter künstliche Intelligenz drin hat, wo dann einem im Nebensatz klargemacht wird, ah, okay, das ist jetzt mit der Mutter. Wir wussten, dass diese Mutter fake war, aber dass sie eine integrierte AI ist, fand ich schon einen netten kleinen Twist da drin. Ja, ich fand auch die Geschichte, dass jeder so sein, oder dass man dann im 24. Jahrhundert jeder so seinen kleinen Isotopenscanner hat. Fand ich also sehr schön, wo man dann so Sachen rausfinden kann. Das sind so Dinge, da sind wir wieder bei diesen Kleinigkeiten, die ich ja durchaus mochte und wie gesagt, Folge 5 war für mich der absolute Tiefpunkt, Folge 6 war da durchaus besser. Aber eine Sache, das ist nämlich genau das, das ich ansprechen wollte und das hast du gerade gesagt, am Anfang deiner Rede gesagt hast, nämlich, dass du hoffst, dass jetzt Seven nicht einfach nur fürs Marketing verbraten wurde. Und ich muss dich leider enttäuschen, es ist so. Ich sage dir, es ist so. Alle alten Charakter, verkommen zu reinen Stichwortgebern und sind einfach nur für den Trailer da gewesen. Das ist mit Data so, das ist mit Seven so, das ist mit Hugh so, den sehen wir jetzt halt vielleicht noch ein, zwei Mal und das wird mit Troy und Riker in der nächsten Folge so sein. Dann sehen wir vielleicht Data am Ende der Staffel nochmal in der anderen Traumsequenz und dann hat sich das. Und so wird es wahrscheinlich in der zweiten Staffel sein, wenn sie dann sagen, oh, wir bringen Geinen zurück. Dann scheiß, bringen die Geinen zurück. Entweder landen sie im Nexus und da ist dann der Geist von Geinen immer noch oder die machen mal wieder einen Abstecher, warum auch immer, weil die den besten saurianischen Brandy hat und da braucht der Picker jetzt unbedingt noch eine Flasche von. Dann fliegen sie halt eben kurz in El Auri vorbei und quatschen eben mit der und dann fliegen sie weiter und das war's dann. Das ist halt eben, ja, also ich muss, da muss ich dir leider einfach mal die Hoffnung nehmen. Ich würde mich auch freuen, wenn es anders kommt. Aber es ist nicht bestätigt, oder? Nein, aber es wird so sein. Es wird so sein. Es wird so sein. Weil Seven hatte ja schon einen besonderen Platz im Marketing. Die war ja auch auf den Postern zu sehen, der ganzen Serie. Das war beispielsweise Data, glaube ich, nicht. Ja, vielleicht kommt sie in der letzten Folge nochmal und so als Adler, ja, und rettet dann mit den Fenris-Rangern den Tag, so wie bei Discovery auf einmal da Sarus Schwester kommt. Ja, okay, sowas, sowas vielleicht noch. Das würde ja passen, wenn sie wegen den Borg nochmal in diesem Subplot oder nochmal vorkommen würde. Ja, von mir aus da noch so aus Kai aus der Drehbuchkiste kommt sie dann und rettet dann eben noch den Tag. Aber mehr wird da nicht mehr passieren. Tut mir leid. Eine Sache, die noch interessant ist, von wegen Cameos, wie du es gerade erwähnt hast, ja, diese One-Off-Cameos hatte ich auch schon akzeptiert, dass wir jede Episode einen anderen Charakter kennenlernen aus TNG. Alles gut. Bei Seven hatte ich mir mehr erhofft. Aber wir wissen durch offizielles Nebenmaterial auch, wer mittlerweile Captain der Enterprise ist. Ach, äh, blablabla, hab ich jetzt vergessen, sachet mir. Ja. Es wird, glaube ich, ein Buch oder ein Roman rauskommen, in dem darüber geschrieben wird. Und aktuell ist nämlich Worf der Captain der Enterprise. Das hatte ich irgendwo als Überschrift gelesen. Captain Worf sollte Michael Dorn tatsächlich nach all der Zeit, du hast es mir geschickt, genau. Sollte Michael Dorn nach all der Zeit doch noch seine eigene Serie kriegen, hat sich der ganze Facebook- und Twitter-Beef und so über all die Jahre jetzt gelohnt. Das wäre doch schön. Ich würde mich über ihn freuen. Und ich würde es auch gerne sehen wollen. Der Hintergrund zu dem ist wohl, dass Picard ihn am Ende als Captain vorgeschlagen hat. Obwohl er natürlich diesen Beef mit der Föderation nach Deep Space Nine hatte, scheinen die von seinen Qualitäten als Captain oder als Sternenflottenmitglied durchaus trotzdem noch überzeugt gewesen zu sein. Sodass zumindest in diesem Buch, in diesem Roman, der erscheinen soll, Worf ein Kapitän ist und vielleicht das als Hommage an Michael Dorns Ambitionen gemacht wurde, geschrieben wurde. Ja, das kann gut möglich sein. Also Worf habe ich immer gerne gesehen. Aber ich glaube auch, ganz ehrlich, ich glaube auch, dass Michael Dorn Worf besser versteht als Patrick Stewart Picard. Ganz ehrlich. Meinst du? Ja, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ich glaube, Michael Dorn hat mehr Ahnung von seinem Charakter als Patrick Stewart. Ich bin mir sehr sicher. Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht ist es auch hier wieder eine Interpretationssache à la Luke Skywalker, Mark Hamill. Mark Hamill versus Raiden Johnson. Ich glaube schon, dass Picard, Patrick Stewart, Picard in dieser Rolle sieht und gerne sehen möchte. Weil er hat ja immer wieder betont, er würde Picard nicht wieder spielen, weil er eigentlich alles gespielt hat, was diesen Charakter ausmacht. Und er nur zurückgekommen ist, weil ihm eine neue Option aufgezeigt wurde. Und dass es jetzt halt die Old Man-Picard-Story ist, finde ich jetzt vielleicht fragwürdig für Fans, was sie sich von Picard erwartet haben. Aber für die Story finde ich es nicht schlimm. Genauso wie ich weiterhin den krummeligen Luke Skywalker nicht schlimm fand. Aber das ist eine andere Geschichte. In einem anderen Universum vor langer, langer Zeit. Ich habe auch ganz ehrlich mit Picard, mit der Darstellung, also die Frage, die mir beim oder die Frage, die mir am seltensten beim Gucken dieser Serie in den Kopf kommt, das hätte der andere Picard aber anders gemacht. Also das ist wirklich, also ja, manchmal natürlich schon, aber selten. Also von daher, das ist ehrlich gesagt gar nicht so mein Problem. Es sind einfach so diese Kleinigkeiten, die sich dann halt eben auch aufsummieren. Dinge, die einfach aus dem Nichts rauskommen, dass Rios und Agnes einfach in der Kiste landen, war halt vorher so nicht mal mit einem Blick und einer Einstellung angedeutet. Es ist einfach passiert, weil sie gerade so einen schwachen Moment hat und er lässt nichts anbrennen. Das wäre noch so die beste Erklärung für das Ganze. Aber auch da muss ich es mir schon wieder erklären. Es erklärt sich einfach nicht aus sich selbst heraus, sondern es sind Dinge, die ich mir halt permanent irgendwie zusammen oder dazu denken muss, weil es sonst einfach keinen Sinn gibt. Und ja, eine Sache als Abschluss, die ich dich auf jeden Fall fragen wollte. Und dann können wir vielleicht auch für heute den Sack zumachen. Aber du musst mir jetzt echt nochmal sagen. Warum schmeckt denn ein Cookie aus replizierten Zutaten anders als ein replizierter Cookie? Das ist eine sehr gute Frage, die ich auch wieder mit meiner eigenen Erklärung deuten kann. Wenn du was kochst, machst du jetzt immer wieder unterschiedlich, ob du nicht die genaue Menge nimmst, ob du so ein bisschen abschätzt, was reinkommst. Wenn du ein etwas freierer Koch bist, dann experimentierst du ja gerne auch wieder und hast diesen Touch, diesen persönlichen Touch mit drin. Das kann ich mir erklären. Die Cookies, die direkt rauskommen, sind halt eine feste Rezeptur, die immer gleich sind. Da ist keine Varianz dazwischen. Das ist, man hat eine Zutatenliste und hat man wahrscheinlich ein Rezept runtergeschrieben, was der Computer dann einfach abfertigt. Aber jeder Koch wird dir sagen, dass es ein geschriebenes Rezept, ein ausgeführtes Rezept doch was ganz unterschiedliches sein kann. Wunderbar. Zum Schluss, bevor wir dann jetzt wirklich auch heute den Sack zumachen und wir haben echt, so lange haben wir schon lange nicht mehr gesprochen, aber du verzeihst mir, es mussten einige Dinge raus und ich hoffe, du nimmst mir das auch nicht übel. Ich habe noch zwei, drei Sachen und zwar hatte ich heute eine Idee und Michael, du fandst die Idee, glaube ich, auch ganz gut und deswegen möchten wir hier einen kleinen Aufruf starten. Wir sind auch wieder auf der FEDCON. Die ist im Mai, glaube ich, Ende Mai. Ihr könnt das auf FEDCON.de, könnt ihr das nachschauen. Dort haben wir neben unserem berühmt-berüchtigten Nerdquiz auch einen Castblast und wir hatten die Idee, dass wir vielleicht eine Diskussion, wie wir sie heute hatten, mal beim Castblast machen. Das heißt, wir suchen einen oder eine Star Trek Fan, Fanin, die bereit ist und Lust hat, Old Trek zu verteidigen und wir suchen einen Trekkie, der Lust hat, die Rolle in der Verteidigung von New Trek einzunehmen. Denn stellt euch vor, wir würden das Ganze so ein bisschen wie so ein Kanzler- oder Präsidentschaftsduell machen. Michael und ich moderieren das Ganze und stellen euch ein paar Fragen und dann habt ihr die Möglichkeit, das alte Star Trek zu verteidigen oder das neue und das stellen wir uns eigentlich ganz interessant vor. Wenn also da jemand da draußen ist, der uns zuhört, der Bock hätte, eine der beiden Rollen einzunehmen und seine Meinung da auch gegen die andere zu verteidigen und auch durchaus mal vehement in einer Stunde Talk vom Feinsten, dann meldet euch bei uns, schreibt uns eine E-Mail an info at nerdizismus.de oder ihr könnt uns natürlich auch eine WhatsApp schicken oder eine Sprachnachricht an die 0152 596 47709 und dann bewerbt euch doch mal, wenn ihr Bock habt, auf der FatCon beim Castblast eine der beiden Positionen zu vertreten. Wir müssen in der nächsten Folge dann mal über Namen reden. Wasch, Dasch, Waschdi, Sochi, Asha, Beshama, Shadwasch. Irgendjemand hat einen Socken im Mund und sprichst die ganz Chai-Cho und deswegen kommen immer so komische Namen raus. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge in einem anderen Universum, nämlich eher in zwei Wochen. Das war's dann für heute und wer uns gerne schreiben möchte irgendwie Feedback oder sowas, kann das natürlich entweder auf Facebook machen oder an info at nerdizismus.de oder schreibt uns eine WhatsApp oder eine Telegram-Nachricht an die Nummer 01525 964 7709 und kann da gerne auch Sprachnachrichten hinterlassen, die wir hier reinschneiden werden. Und ich habe natürlich alles getan heute, um möglichst viele Leute zu triggern. Also von daher, ich will Feedback. Ich will Feedback. Gut, in diesem Sinne. Ich hoffe, ich konnte ein gesunder Gegenpol sein. Auf jeden Fall und ich danke dir dafür, weil das macht es eben immer so spannend und so schön. In diesem Sinne macht es, Jort, viel Spaß bei allem, was ihr jetzt noch tut und schaltet auch nächste Woche oder beziehungsweise in 14 Tagen zu den TrackNerds wieder ein. Vorher geht's weiter mit der neuen Folge von Dead Nerds Talking, unserem Walking Dead Podcast und auch der zweite Teil der Live Show wird in den nächsten Tagen online gehen. Also von daher, die Nerdizisten werden noch ganz oft in eurem Ohr sein. Bis dann, macht Idioten. Ciao. Tschö. Ich flieg mit Jolly. Untertitelung des ZDF, 2020